Liebe Community, herzlich willkommen zu diesem besonderen Gespräch aus der Sommerpause. Eigentlich hatten wir das Studio schon zugeschlossen und dann bekam ich vergangene Woche einen Anruf von dem Mann, der hier heute bei mir sitzt, Kevan Sofiziawasch. Hallo Kevan, schön, dass du nach Hamburg gekommen bist. Du hast hier ja familiäre Wurzeln, darüber haben wir schon mal gesprochen. Richtig, ich habe hier mehrere Geschwister, meine Mutter kommt aus Hamburg, von daher besuche ich immer wieder eine Stadt, die ich gut kenne. Und du hast aber auch ein Anliegen und deswegen sitzt du heute hier. Wir wollen über das Thema Meinungsfreiheit sprechen und vor allem darüber, was der Einzelne tun kann, um das zu unterstützen, denn du hast Post bekommen. Ja, nicht ich habe Post bekommen, obwohl ich habe natürlich dann auch Post bekommen, aber eine Plattform, die ich maßgeblich mit lanciert habe, nämlich apalut.net, hervorgegangen aus KNFM, hat Post bekommen und zwar für Beiträge, die bei uns die unterschiedlichsten Autoren von sich geben. Für alle, die es nicht wissen, ich publiziere ja auf Apalut nicht mehr. Ein solches Gespräch würde von dort aus quasi dahin verlinkt, aber ich bin auf Apalut selbst nicht mehr publizistisch tätig. Ich war sehr lange auf KNFM tätig und mich wollte immer eine Plattform schaffen, auf der sehr viele Autoren ihre Meinung oder ihre Textbeiträge bringen können, ihre Interviews bringen können, wo ich keine Rolle spiele, damit keiner sagen kann, ach, der nutzt ja diese Plattform nur, um seinen eigenen Senf zum Besten zu geben. Deswegen mache ich es ganz bewusst nicht. Bin ja bei Sophisticated, meinem eigenen kleinen privaten Kanal, da kann ich machen, was ich möchte. Gut, Apalut hat Post bekommen, wie schon häufiger von der Medienbehörde, die zuständig ist. Wir sind ja in Berlin ansässig, also kriegen wir Post von der MABB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Die beruft sich auf den Medienstaatsvertrag und ist dafür zuständig, dass das, was in den freien Medien passiert, dass das den journalistischen Standards entspricht. Das ist so ein sehr dehnbarer Begriff, die journalistischen Standards, Selbstkontrolle, Fürsorge, all das muss passieren. Und wenn Sie finden, dass man das nicht richtig gemacht hat, dann mahnen Sie Beiträge an, sagen, hallo, dieser und dieser und jener Beitrag, der ist so nicht, finden wir nicht richtig, ändern Sie den mal. Und im Ernstfall ist es eben so, und diese Überprüfung Ihrer Beiträge, die Sie jetzt bitte ändern oder aus dem Netz nehmen, kostet es Geld. So, und wir haben wieder mal Post bekommen und diesmal kostet es halt 4.000 Euro. 4.000 Euro, das ist dann einfach ein Verwaltungsaufwand dafür, dass der und der und dieser Beitrag sich nicht an die Journalistenstandards gehalten hat, findet die MABB, also die Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und das heißt, da steht eben auch dran, auf diesem Zettel eben auch drauf, Androhung auf Zwangsvollstreckung. Du kannst es nicht ignorieren. Das heißt, die sagen dann, wir kriegen von Ihnen 4.000 Euro, das kann ja jedes Unternehmen dann auch ruinieren, weil wir haben keine 4.000 Euro, aber vielleicht stehen morgen auch 14.000 Euro drin, für wen auch immer. Und wenn Sie das nicht bezahlen, dann holen wir uns das oder machen Ihr Konto platt. Und im Übrigen, diese Beiträge, die Sie da ins Netz gestellt haben, die müssen verschwinden. So, und da stellt sich generell die Frage, es waren keine Beiträge von mir. Es waren die unterschiedlichsten Beiträge zum Thema Impfen, es waren Beiträge dabei zum Thema Ukraine. Aber was auch immer, die Medienanstalt für Berlin-Brandenburg hat in Ihrem Urteil, warum sie das gemacht hat, etwas getan, was ich nicht nur erschreckend finde und nicht nur eine Anmaßung finde, sondern wenn mir ehrlich gesagt so ein bisschen, und das passiert nicht so oft, die Worte fehlen, wie man so dreist sein kann, so etwas zu tun. Sie haben nämlich eigentlich den, oder was heißt eigentlich, Sie haben Artikel 5 Grundgesetz, die Meinungsfreiheit, haben Sie beschnitten und ergänzt. Und in Ihrem Urteil heißt es, all die Beiträge, die wir inzwischen ins Netz stellen, sind bei uns keine klassischen Beiträge mehr, sondern Meinungsbeiträge, also Kommentare, wie Kommentare. Das heißt, wir berufen uns auf die Meinungsfreiheit. Und Sie haben geschrieben, ja, Meinungsfreiheit hin oder her, aber wenn jemand in einem Beitrag, der dessen Meinung ist, etwas sagt, was den Tatsachen nicht entspricht, und die legen Sie fest, dann gilt das nicht und dann muss das rausgenommen werden. Und dieser harmlose Satz, also dann müssen die journalistischen Standards auf Meinung angewendet werden. Sind da die journalistischen Standards definiert? Nein. Journalistische Standards sind... Aber wer legt die dann fest? Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es ja verschiedene Presseorgane, die sich zusammengeschlossen haben und dann eben die journalistischen Standards dahingehend festgelegt haben, dass man nicht wissentlich etwas sagen darf, von dem man weiß, dass es nicht stimmt, dass man gut recherchieren soll und so etwas. All das gehört dazu. Aber man muss sich das mal vorstellen, jede Zeitung, jeder Pressebetrieb, auch Apollut als Portal, veröffentlicht ja jeden Tag Texte, Beiträge, viel. Du musst dir ab einem gewissen Punkt deinen vielen Autoren, die bei uns arbeiten, vertrauen. Wenn du jeden Satz überprüfen möchtest, das ist ja gar nicht zu leisten. Was machen sie? Sie holen sich fünf Beiträge, mahnen die an, lassen dann ein halbes Jahr von sie nichts mehr hören und weisen dann in fünf Beiträgen hier noch einen Satz nach und da noch einen Satz und hier noch einen Satz. Das heißt, diese fünf Beiträge, nur damit ich es verstehe, die sind schon vor einem halben Jahr angemahnt worden und die habt ihr dann auch runtergenommen? Nein, haben wir nicht. Wir haben sie zu Meinungsbeiträgen gemacht. Das ist Meinung. Zum Beispiel einen Beitrag von einem Herrn Fiedler, Markus Fiedler, Biologe, der gesagt hat, der schreibt zum Beispiel in seinem Text, dass die FFP2-Masken, diese Staubmasken, dass die eben, wenn es um Virenschutz geht, vollkommen unwirksam sind. Das steht ja auf den Masken selbst drauf. Und bis vor Corona war das auch normal. Aber es ist ja festgelegt worden, dass man die tragen muss, um sich zu Viren zu schützen. Das ist eigentlich Schildbürgertum. Und das ist jetzt die Wahrheit. Das stimmt zwar nicht, aber das ist jetzt die Wahrheit. Bei Wikipedia steht es wahrscheinlich auch so. Und dann kann die Medienanstalt sagen, das, was sie hier schreiben, was Herr Fiedler meint, das stimmt ja nicht, weil die Wahrheit ist, dass die schützen. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass Artikel 5 des Grundgesetzes nicht irgendein Artikel ist, sondern jeder hat das Recht, seine Meinung frei und unzensiert zu äußern, dass da nicht drin steht, Klammer auf, es sei denn, das, was er meint, stimmt nicht. Denn Meinungsfreiheit und Wahrheit müssen nicht viel miteinander zu tun haben. Wenn ich der Meinung bin, der Mond ist aus Käse, dann stimmt das zwar nicht, aber ich habe das Recht, das zu sagen. Wenn jetzt jemand sagt, einen Augenblick mal, das wird in dem Moment strafbar, wenn das nicht stimmt, dann gibt es keine Meinungsfreiheit mehr. Denn dann muss jeder Bürger, ob er nun publizistisch tätig ist oder nicht, sondern sobald er Reichweite hat, auch am Stammtisch, sich überlegen, ob er das, was er gleich sagen will, ob er das sagen darf, ob er das meinen darf. Weil es wird irgendwo jemanden geben, der das über Alexa mitschneidet, sagt, das, was Sie da gesagt haben, das stimmt so nicht. Weil hier sehen Sie wissenschaftlich gesehen, das ist richtig. Aber wer entscheidet da juristisch oder ist das gar nicht bisher juristisch geklärt? Also ich frage mich jetzt, ich erinnere mich an ein Beispiel, zum Beispiel von Herrn Lauterbach, der ja irgendwann gesagt hat, die Impfung ist nebenwirkungsfrei. Das wurde ja dann auch kritisiert, weil wir ja nun gesehen haben, das ist nicht so, ohne das jetzt weiter auszuführen, ein eigenes Thema. Und dann hieß es ja, glaube ich, hinterher, das sei aber Meinungsfreiheit des Gesundheitsministers. Jens, das ist super, dass du das ansprichst. Wenn ein Minister, ich frage mich das einfach gerade, wenn ein Minister im Amt Dinge sagt, wo man davon ausgehen kann, die hat er als Minister geäußert und es wäre dann praktisch eine, es wäre nicht nur grob fahrlässig, es wäre eine Lüge, denn er wusste, dass das nicht stimmt. Dann heißt es, du kannst ihn dafür nicht belangen, obwohl er Minister ist, in einer solchen Krisenzeit, weil es ist eine private Meinung. Das heißt, jeder Minister kann eigentlich jetzt immer sagen, was er möchte, es ist dann immer private Meinung. Wenn aber ein Autor, der gar nicht diesen Einfluss hat, sondern einer von vielen Autoren ist und dessen Weisungen ja auch nicht gesetzmäßig auf der Straße durchgesetzt werden können oder über die Behörden, wenn der etwas von sich gibt, dann sagt diese Behörde, wir sind ja für sie zuständig und nicht für den Herrn Lauterbach, der kann machen, was er will. Das soll jemand anders für zuständig sein, wer immer das ist, aber wir sind ja für dieses freie Medium zuständig und da hat ein Auto das behauptet mit diesen FEP2-Masken usw. und deswegen endet für sie und dieses nicht kontrollierte Medium hier die Meinungsfreiheit. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, diese Behörde und damit auch das System, der Staat, die Regierung definiert, was Wahrheit ist. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wenn man sich das Grundgesetz anguckt, warum steht Artikel 5 im Grundgesetz eigentlich so drin, wie er drin steht? Da ist ja keine Klammer auf und was dazu? Weil diejenigen, die Gründerväter und die Gründermütter, die das Grundgesetz geschrieben haben, erkannt haben, dass es elementar als Verhinderungsmodul, sage ich mal, notwendig ist, um vor einer neuen Diktatur sich zu schützen, dass Menschen Dinge sagen dürfen, die ihre Meinung sind, dass also der Zweifel erlaubt ist an dem, was die Regierung sagt, was ist. Und darum geht es. Und das ist kein neues Anliegen einer Regierung oder eines Staates, abweichende Meinungen, die also dem Staat widersprechen, das anders sehen, die zu ersticken. Das war immer schon so. Die ganze Kirchengeschichte ist voll davon. Ich wollte gerade sagen, man muss nur das Buch hier von Hannes Hofbauer lesen, Zensur, ich halte es mal in die Kamera. Darüber habe ich mit ihm auch schon mal gesprochen. Also das ist einfach eine Ansammlung von all genau diesen Organisationen, die du da nennst. Und da sind wir jetzt schon wieder. und die Frage, die ich stellen möchte, deswegen treffe ich mich auch hier mit dir und zwar als Käfer zu Visier, was? Wovor haben wir oder die Behörden oder die Regierung oder die, die auch glauben, das Richtige zu tun? Ich unterstelle dir nicht, dass sie absichtlich böse handeln. Ich sage, die glauben das Richtige zu tun, die wollen das ganz Schlimme verhindern, nämlich, dass die falschen Sachen gesagt werden können. Sonst wird es ganz schrecklich. Warum glauben wir immer noch oder immer Menschen, die mit diesen Methoden den Zweifel zu ersticken und der Zweifel ist immer, was die anderen sagen, also das Richtige ist, was wir denken, dass wir, um das Schlimmste zu verhindern, den Zweifel jetzt ausnahmsweise mal kurz deckeln müssen, damit das Richtige, die Wahrheit sich vorübergehend dauerhaft etablieren kann. Nach dem Motto, in der Krise ist der Zweifel nicht angebracht, aber ist er eigentlich in der Krise so wichtig? Genau. Und das ist die Frage, die ich stellen möchte und zwar an alle, die das sehen und auch mein Appell. Ich glaube, wenn man sagt, naja, da sind ja Experten, die kennen sich aus. Wir haben gesehen in den letzten zwei Jahren, was Experten anrichten können, die das alle gut übrigens meinen. Die meinen es alle gut. Und gerade in diesen Krisenzeiten sollte das Grundgesetz mit seinen Grundregeln und seinem Grundgesetz erst recht zur Anwendung kommen, weil dafür ist es gemacht. Es ist eigentlich für die Krise gemacht. Aber immer wenn die Krise kommt, wird das Grundgesetz ad acta gelegt und wird mit Dekreten regiert. Und wir haben es inzwischen in diesem Land nicht nur mit einem sehr schmalen Meinungskorridor zu tun, sondern, und das wirst du ja auch neulich erfahren haben, inzwischen mit einem Klima, wo man nicht mehr genau weiß, was man noch sagen darf oder nicht sagen darf, sobald man nämlich mit seiner Meinung, mit dem, was man denkt, was man weiß, sogar in seiner eigenen Blase auch nur eine Mühe abweicht, schlägt sogar das eigene Publikum auf einen ein. Ja, das ist erstaunlich. Also das muss ich sagen, das ist eine Erfahrung, die hätte ich so auch nicht für möglich gehalten, aber es gibt nur noch schwarz oder weiß, es gibt nur noch richtig oder falsch. Also nein, das kann man auch nicht so pauschal sagen, aber es sind doch einige, die einen überraschen. Also das, wenn man zu einem bestimmten Thema nicht der Meinung ist, die die, ich sage mal, Zielgruppe gerade hören möchte, dann wird das auch richtig wütend gleich, wo ich auch gedacht habe, manchmal, okay, meine Methode ist dann zu sagen, ich lese mir halt einfach nicht mehr durch, ich lasse das nicht mehr an mich ran, weil ich weiß genau irgendwie, wer ich bin, wofür ich stehe und wenn Menschen dann einfach anfangen, plötzlich so unsachlich zu werden und in die Gürtellinie zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann versucht ihr ja nur, mich als Projektionsfläche zu nutzen, aber dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Aber das ist ja auch die Frage, die wir uns gestellt haben, bevor wir hier die Mikrofone aufgeschaltet haben, was können wir tun, um das, was wir wirklich transportieren wollen, um das zu transportieren, weil wir wollen nicht wieder auf Entwicklungen zeigen, die in der Vergangenheit sich abgespielt haben, ja, ich sage mal, braune Geschichte und dann auch DDR-Geschichte, Zensurstaaten, jeder hat Angst vor anderen, wer ist jetzt bei der Stasi, wer hat das richtig oder falsch gesagt, Eltern oder Kinder denunzigen ihre Eltern, wir wollen das gar nicht alles aufdröseln, sondern die Frage ist, muss ich mich oder müssen wir, die wir immer wieder darauf hinweisen, dass dieser Meinungskorridor, der verengt wird und dass, auf welcher Seite stehst du, ja, nur noch zu jedem Thema eine Meinung und den anderen denunzieren und aufeinander einschlagen, müssen wir uns damit abfinden, dass wir wieder in diesen Zeiten sind, dass wir daran gar nichts ändern können und dass die Menschen, vor allem auch in diesem Land, aber nicht nur in diesem Land, diesen Weg wieder gehen wollen oder müssen, um diese Erfahrung erneut zu machen, das ist doch die Frage. Ja, das ist die, die Frage ist, ja gut, die Frage ist, kann man, also das ist eine Frage, die habe ich mir schon häufiger mal gestellt, kann man eine, ich nenne es jetzt mal Diktatur, das steht jetzt einfach für das Böse, für die Dystopie, ja, kann man so etwas tatsächlich verhindern im Vorwege, also präventiv oder muss man da erst durch, damit sich daraus dann das Neue bilden kann, ich finde darauf keine Antwort, was ist deine Antwort darauf? Du hast mir gesagt, es gab immer wieder diese riesigen Schilder, die überall in den großen Städten aufhängen, also gegen das Vergessen, gegen das Vergessen, man soll nicht vergessen, was sich in diesem Land oder auch in anderen Ländern abgespielt hat und man soll, das ist mein Appell, sich vor allem nicht so daran erinnern, wie es endete, sondern wie es anfing. Es ist immer die, es ist glaube ich, die Aufgabe und dafür möchte ich sensibilisieren, wie fingen intolerante Systeme an? Wie fingen die an? Und ich glaube, sie fingen damit an und fangen auch immer damit an, dass man plötzlich sagt, naja, also ich bin zwar ein toleranter Mensch, aber das, was er da jetzt gerade denkt oder sagt oder so, das geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht mehr. Und da möchte ich mal an den großen französischen Philosophen Voltaire erinnern. Der hat ja gesagt, ich mag verdammen, also vollkommen ablehnen, das Wort, ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Was meint denn Voltaire eigentlich damit? Ist das überholt? Was heißt das? Was heißt das, wenn du diesen Satz tatsächlich ernst nimmst? Also das ist die Grundlage von Meinungsfreiheit. Oder das ist, also das ist das, was es braucht, damit tatsächlich jeder mit seiner Meinung frei auf eine Bühne gehen kann. Aber das haben meiner Meinung nach viele Menschen nicht verstanden. Voltaire hat vor allem freie Geiste wie sich damit geschützt. Nicht nur die anderen. Wir haben doch neulich irgendjemanden gehabt, wer war denn das? Hallo Spock erstmal, du bist an deinem dritten Mikrofon mit dabei. Wir haben doch neulich jemanden gesagt, der gesagt hat, Meinungsfreiheit und Demokratie bedeutet für ihn, in Erwägung zu ziehen, dass der andere Recht hat. Und das ist auch die Grundlage von Wissenschaft. Immer. Also das ist die Grundlage von Evolution und Weiterentwicklung. Und das ist ja auch genau das, also das ist das, was mich daran so, ja wie soll ich sagen, verzweifelt, traurig, stimmt, also das nur dadurch ja durch freie Meinungsäußerung auch Weiterentwicklung in einem utopischen Sinne überhaupt möglich ist. Ich glaube, was man einmal, das sind sehr philosophische Fragen, um die es hier geht. Das hat ja mit Journalismus, das ist ja nur dann die Oberfläche. Warum gibt es den Zweifel? Also eine Alternative. Wenn man sich, wenn man der Mensch nicht mehr weiter weiß, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann orientiere ich mich gerne an der Natur, die ja Metaphern zu uns spricht. Es gibt nicht den einen Baum und sonst keine anderen Günenpflanzen. Es gibt nicht das eine Tier, sondern es gibt eine Vielfalt der Arten. Das sind Alternativen. Und die kommen und gehen. Es werden mal weniger, mal mehr, aber die Natur präsentiert uns in allen Bereichen Fülle und nicht nur eins. Jetzt hätte man gesagt, wir können bei der Amöbe eigentlich bleiben. Es ist eine Entwicklung. Warum erkennt der Mensch nicht, dass das die Freiheit ist? Denn das, Evolution hat sich entwickelt, also es war verpackt. Es ist entwickelt. Das heißt, der Blumenstrauß wird größer, je länger du, je mehr Entwicklung du zulässt. Wenn du das rückschritt, wenn du den Weg zurückgehst, kommst du wieder zu den Vulkan und die Arten verschwinden. Also auch die Eigenarten. Und was ich so verrückt finde, ist, wir leben auf der einen Seite in einer Zeit, wo man sagt, man muss total tolerant sein und wir gehen auf die Straße und kleben uns fest und kein Verbrennungsmotor mehr, weil die Arten verschwinden, weil die Natur kaputt geht. Aber die Vielfalt des Menschen, die Vielfältigkeit, die wird extrem bekämpft. Und das ist diese Globalisierung, dass wir alle doch gleich sind und dasselbe denken müssten und damit es für alle besser wird. Aber es wird dadurch nicht besser. Ich verstehe die Absicht dahinter, es wird nur einfacher. Es wird einfacher, weil dann ist es übersichtlicher. Aber ich gehe doch auch nicht in den Wald und sage, ich bin total überfordert, gibt es ja so viele Insektens, verstehe ich ja gar nicht, reicht nicht ein Käfer. Auf so eine Idee käme man nicht. Und das ist, was mich wundert, wenn der Mensch, und wo ich appellieren möchte, ich wünsche mir einen Menschen, der, wenn er sich selbst begegnet, in Meinung anderer Menschen, so reagiert, wie wenn er in die Natur geht und dort der Vielfalt begegnet. Es führt bei Menschen doch zum Staunen. Er sagt, hast du mal so eine Erde aufgemacht, warst da alles, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt. Und wenn er dann noch ein Mikroskop zur Hand nimmt, denkt er, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung. Aber diese Vielfalt, was da möglich ist, wenn man sich nur mit Vögeln beschäftigt, was es für Vögel gibt, ist ja irre. Dann staunt und denkt, boah, Alter, was die Natur sich alles ausdenkt. Ja, das ist diese Achtsamkeit, die es dazu braucht. Ja, wo du denkst, Respekt, was es alles gibt, was es für Lebensformen gibt. Ich wusste gar nicht, dass man da leben kann, dass es überhaupt geht. Und das ist doch etwas, dass man sich nicht davon bedroht fühlt durch die Vielfalt. Du denkst, wow, denkt man auch doch dann. Es bereichert. Bereichert einen. Und erweitert den Horizont. Man hat dadurch keine Angst. Wenn man neue Lebensformen entdeckt oder sich einen Tierfilm anguckt oder die Forschung und Technik sagt, dann denkt man, wow, wusstest du das eigentlich? Warum ist es so, dass es Menschen erschrickt, wenn es ganz viele unterschiedliche Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Meinungen gibt? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Warum übertragen wir diesen Effekt des Staunens, den wir bei der Natur und der Schöpfung sind, nicht auf uns selbst? Wir sind doch auch ein Teil der Schöpfung. Und das würde ich mir wünschen. Ich glaube, weil viele Menschen damit mittlerweile in ihrem Lebensalltag komplett überfordert sind, weil diese Überforderung des modernen Menschen durch die Technik, durch alles wirklich auch dazu führt, dass die Menschen es da vielleicht an der Stelle gerne einfach haben und wissen, okay, eine Informationsquelle, ich sage mal, wenn ich abends die Tagesschau geschaut habe, bin ich gut informiert, dann muss ich nicht auch noch da mehr Zeit investieren. Weil ich meine, ich kenne und sehe viele Menschen, die halt auch irgendwie einen zweiten Job machen müssen, um klarzukommen, da ist die Zeit auch gar nicht mehr da, sich diese Fragen zu stellen beziehungsweise sich mit Alternativen zu beschäftigen. Auf der anderen Seite, und das ist die Krux an der Sache, funktioniert es natürlich nur über Eigenverantwortung, nämlich selber festzustellen, okay, die Tagesschau scheint anscheinend nicht zu reichen. Ich muss also in die Eigenverantwortung gehen und muss irgendwie, um mir eine eigene Meinung zu bilden, möglichst viele Quellen anschauen. Aber dafür braucht es das Bewusstsein. Deswegen habe ich auch für mich festgestellt, ich bin davon überzeugt, wir haben eine Krise des Bewusstseins. Also das ist so für mich die übergeordnete Ebene. Jens, was du sagst, das lasse ich zum Teil gelten, weil ich fühle mich doch auch nicht irritiert oder bedroht, wenn ich dann abends vollkommen abgehalfter und kaputt mich vor das Fernsehgerät sehe und die Vielfalt der Natur erlebe und denke, da erlebe ich, das empfinde ich doch auch nicht als bedrohend. Aber ich glaube, die Menschen empfinden das auch nicht als bedrohend, aber sie bekommen dann halt von den Medien, denen sie vertrauen, Informationen darüber, dass es eine Bedrohung sein soll und damit wird es möglicherweise für sie zu einer Bedrohung, weil ihnen eben die Zeit fehlt, sich tatsächlich damit zu beschäftigen. Also ich kann jedem immer nur raten, lest dieses Buch hier, lest es einfach. Wann kam das auf den Markt? Vor fünf Jahren oder so, glaube ich, Unruhung und Unruhung und Unruhung. Ja, also ich meine, da ist deine ganze Geschichte drin, da wurde ja auch schon häufig drüber gesprochen, aber das zeigt einfach, wie falsch das Bild jetzt von dir in der Öffentlichkeit gezeichnet wurde, aus bestimmten Gründen. Ja, weil du halt bei bestimmten Themen einfach eine rote Linie überschritten hast. Aber da sind wir ja wieder bei der Meinungsfreiheit. Du hast versucht, Meinungsfreiheit zu leben. Und das war damals schon so beim RBB, dass man dir da einen Knüppel vor die Beine geschmissen hat und gesagt hat, hier ist die Grenze erreicht. Aber das ist ja, die Zeit brauche ich ja, das zu lesen. Ich muss mir kaufen, ich muss es lesen, ich muss mich damit beschäftigen. Oder ich übernehme halt das Narrativ, was ich geliefert bekomme, von den Quellen, denen ich irgendwie vertraue. Ja, Jens, weißt du, aber die Frage ist ja, ich habe ja damals als Ken Jebsen gearbeitet, heute heißt ich, gehe was für Sie erwaschen. Ich versuche etwas anderes zu tun. Ich war damals jemand, der auf der Benutzeroberfläche des Intellekts als Mahner aufgetreten ist. Und das versuche ich heute nicht mehr zu tun, weil ich weiß, über den Verstand kann man eine Menge erreichen, aber man bleibt an der Oberfläche. Man muss auch den Bauch erreichen, muss auch das Herz erreichen, muss in die Tiefe gehen. Sonst führt es nicht zu einer Handlungsänderung, sondern ich weiß das jetzt, aber vielleicht habe ich auch durch das, was ich beschrieben habe, Angst gemacht. Könnte ja sein. Ja, aber du hast halt Angst, du meinst jetzt bei KenFM, du hast halt teilweise auch Angst von der anderen Seite gemacht. Also die Angst vor der Dystopie ist ja auch eine Angst. Und die Angst vor, keine Ahnung, Diktatur ist auch eine Angst. Aber am Ende ist beides Angst. Am Ende hilft beides nicht wirklich weiter. Nämlich dann, und da sind wir bei der Bewusstseinskrise, wenn ich nicht über das nötige Bewusstsein verfüge, das einordnen zu können. Beziehungsweise mich dann auch darauf zu konzentrieren, auf das halbvolle Glas und nicht aufs halb leere. Wie wollen wir in Zukunft leben, damit sich schreckliche Dinge aus der Vergangenheit nicht wiederholen? Wie muss unsere Haltung sich ändern, verändern, dass wir sagen, wir landen nicht wieder in dieser Sackgasse? Weil ich sehe, dass wir uns mit hoher Geschwindigkeit in eine große Sackgasse bewegen, die alles betrifft. Und da sind wir wieder bei der philosophischen Frage, braucht es vielleicht erst diese große Sackgasse und Krise und diese Entwicklungen, die da gerade am Start sind, damit dann am Ende daraus was Neues entstehen kann? Oder kann man da eine Abkürzung nehmen durch Aufklärung, so wie du das ja seit vielen Jahren machst, so wie wir das seit ein paar Jahren versuchen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was ist denn deine Antwort darauf? Also kann man, wir haben im Vorgespräch, die Frage kam irgendwie, und ich habe sie mir gleich aufgeschrieben, weil ich sie schön fand, sie kam von dir, kann man überhaupt was machen? Naja, also ich meine, Hannes Hofbauer hat in seinem Buch Zensur ja geschrieben, dass die Geschichte der Zensur eine alte ist. Man möchte eigentlich Meinungen ersticken, also die üblichen Verdächtigen möchten nicht, dass der Bürger abweicht und seinen eigenen Weg geht, sondern er soll an dem Futtertrog, der ihm vorbereitet wurde, da soll er auch fressen. Ja, da kann man ihn auch leichter abknallen und dann verarbeiten, um es mal mit dieser Sprache zu beschreiben. Aber dass das am Ende doch nicht funktioniert hat. Und ich frage mich, warum das, müssen das immer solche Wellen sein? Oder können wir nicht mal auf eine andere Bewusstseinsebene springen, so wie, ja, wie das Atome ja machen, wenn sie sich verändern, sagen, das haben wir jetzt durch. Für mich ist das auch eine Frage, warum wir diese, die süchtig sind nach dieser, also wir haben ein Klima der Angst und dann suchen wir nach Sicherheit, die uns diejenigen geben, die vorher die Angst gemacht haben. Warum erkennen wir nicht diesen ewigen Zaubertrick? Und vor was haben wir denn da eigentlich Angst? Oder was ist das für eine Angst, die in uns erzeugt werden kann? Wo dann jemand sagt, und ich habe die Lösung. Hier ist ein großes Problem und ich habe die Lösung. Insofern sind wir, die wir eine abweichende Meinung haben, dahingehend gefährlich, weil wenn man uns zuhört, dann macht man gewisse Dinge eben nicht, die man aber unbedingt machen muss, um zu überleben. Also dann nimmt man vielleicht nicht die richtige Spritze oder denkt das Falsche oder stellt eine Frage. Eine Frage kann ja auch sehr bösartig sein. Eine Frage kann ja einem der Regierung die Maske vom Gesicht reißen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das, was man uns dafür gibt, indem man uns vorher Angst gemacht hat und sagt, dann können wir uns unseren Käfigen wohlfühlen. Was ist das für eine Angst? Oder wovor will uns eine Regierung beschützen? Am Ende doch vor den Konsequenzen des Lebens. Der Tod. Das ist doch am Ende so. Sonst wird es ganz schrecklich, aber schrecklicher als der Tod kann es ja gar nicht werden. Das Schrecklichste ist ja dann der Tod. Aber ist der Tod wirklich schrecklich? Na, ich glaube eher, darüber habe ich mal ein Gespräch mit Sven Watt ja geführt. Das ist eher das, also die Angst vorm Sterben. Ja, und das nicht gelebte Leben. Genau, das ist der Kernpunkt. Ich glaube, die größte Angst ist, dass dir plötzlich klar wird, auch in so einer Corona-Krise, ach du Scheiße, wenn es jetzt vorbei ist, dann habe ich ja all das nicht gemacht, was ich immer machen wollte. Und deswegen werden die Leute dann auch so, also dann sind die abgeschnitten von ihren eigenen Gefühlen. Dann sind die in dieser Panik und rennen irgendwie komplett so wie verrückt gewordene Ameisen durch die Gegend und machen alles mit. Also das ist meine Erklärung. Ich kann ja auch immer nur sagen, das ist meine persönliche Meinung und Erklärung dazu. Ob ich damit recht habe, keine Ahnung, will ich gar nicht behaupten. Darum geht es ja auch gar nicht, Recht zu haben. Also eine Frage, die mit dem, worüber wir hier sprechen, schon etwas zu tun hat, auch wenn du sagst, erstmal vielleicht nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, bei all dem, was ich sage, was wir Journalisten sagen, da haben wir doch immer ein Ziel. Wir möchten gerne erstmal sagen, macht euch doch mal anders. Was ist denn unser Ziel? Oder aber, das kommt ja auch oft, ihr redet immer über Probleme. Ihr beschreibt das alles richtig, was nicht in Ordnung ist. Aber gibt es Lösungen? Und ich glaube, eine Lösung könnte sein, indem man die Analyse macht, warum kann man uns heute so einfach Angst machen in der Mediengesellschaft? Ich glaube, dass man uns so einfacher heute Angst machen kann als früher. Und ich glaube, es hat damit zu tun, wir sind überinformiert, aber wir sind vor allem entwurzelt. Wir sind stark entwurzelt. Wir sind globalisiert. Das heißt, wir sind damit überall in der Fremde. In Deutschland ist es besonders stark so. Es gibt kein Land, in dem es, wo Leute, ein unbehackteres Gefühl haben, wenn irgendjemand eine Deutschlandflagge hießt, wie in jedem anderen Land. Ich bin in Schweden jetzt zwischen zu Hause. Ich zahle zwar in Deutschland meine Steuern, deswegen appelliere ich auch an das deutschsprachige Publikum. Aber dort hängt an jeder dritten Haus eine schwedische Flagge und da gibt es auch so Flackentage, wo die das hoch... Das siehst du an der Schweiz, Italien, überall siehst du, in Amerika sowieso, überall siehst du diese Geschichten. Nur bei uns eben nicht, wegen der Geschichte. Ja, so. Aber wenn man überhaupt... Und wir haben keine Wurzeln mehr, wir haben vielleicht maximal Roots, wir haben heute Ideologien. Linke, Grüne, Khmer, Ideologien, damit wir nie wieder so werden, wie wir mal waren. Aber jetzt haben wir eben gar keine Wurzeln mehr. Und das ist das neue Modern. Ja, und es gibt ja auch Minister, die sagen, sie konnten mit Deutschen noch nie was anfangen. So. Und da sind wir wieder dabei, wenn heute alles variabel ist, und das ist die neue Freiheit, ob das wirklich den Tatsachen entspricht. Und ich glaube, nein. Es gibt etwas, das ist nicht negierbar. Du hast nur eine Mutter, jedenfalls aktuell noch. Du hast eine Mutter, du sprichst also die Muttersprache, das ist die Sprache, die dich emotional mit deinem Land, deinem Umfeld verbindet. Du kannst nie wieder eine zweite Muttersprache lernen und es wird keine Sprache geben, die dich jemals so berührt, innerlich berührt, wie die Sprache deiner Mutter, die du lernst, wo du die Kommunikation lernst, weil die lernst du ja schon, wenn du in der Mutter selbst drin bist, hörst du das ja schon. Genau, und keine Sprache, mit der du dich so präzise ausdrücken kannst. Genau, aber die du vor allem fühlst, die du fühlst, wo du merkst, ein Wort macht etwas mit dir. Und dann haben wir Vaterland, auch ein Wort, was belastet. Also ein Ort, eine Gegend, wo du sagst, wenn ich da nach Hause komme, fühle ich mich zu Hause. Bei dir wird es, wenn du ans Meer fährst, ein reggedachtes Haus siehst, da, wo du meinetwegen groß geworden bist, die Gegend, das macht etwas mit dir, das ist mit Worten sehr schwer zu beschreiben, da stellt sich ein Gefühl ein, nämlich hier bin ich richtig, hier bin ich zu Hause. Das lässt sich, egal wie schön es in Italien ist, das wird dort nicht wiederholbar sein. Hier darf ich so sein, wie ich bin. Ja, deine Jugend, wo immer das war, die Straße, die Gerüche, all das, was zu deinem Heimatland dazugehört, also dein Vaterland, heißt es einfach so, aber es ist deine Heimat. Es gibt eine Heimat, in der du groß geworden bist, es ist deine DNA, es ist auch nicht höchstens durch einen extremen Unfall, dass du alles vergisst, könnte man es rebooten, dann fängst du bei Null an, und deine Muttersprache. Und ich glaube, man kann Menschen dadurch besonders leicht Angst machen, wenn sie das beides nicht mehr haben. sehr anfällig für Ideologien und sind rumgeschubst. Dann sagen wir dies und sagen das, und wir sind heute politisch gläubig, wir haben eine politische Ideologie, die wir glauben. Das ist unsere neue Kirche, dass wir gemeinsam alle das Klima retten, etwas Übergeordnetes, aber konkret nicht. Also wir haben Probleme mit Deutschland, wollen aber die Welt retten. Also wir lieben die ganzen Menschen, nur uns nicht. Wer sich selbst nicht liebt, weiß ja gar nicht, was das ist. Wie soll das funktionieren? Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, wie man da hinkommen kann, wo ich mir wünsche, dass wir wieder hinkämen, wären hinzugucken, welche Methoden können wir lernen, was ist in der Vergangenheit an Nützlichem theoretisch gelaufen? Ob wir sagen, vielleicht haben wir das zu viel lackiert, vielleicht war, warum neigt der Deutsche dazu, immer die Dinge extrem zu treiben? So super, das bis zum Ende zu machen. Vielleicht ist dieses, es sind keine deutschen Worte, die wir etwas leger angehen. Fünfmal gerade sein, sich zurück zu müssen und sagen, ich möchte keine Angst mehr haben. Das fängt vielleicht damit an, dass ich weiß, es gibt einen Ort, da bin ich zu Hause. Der ist mein Ort, da bin ich zu Hause. Das ist einfach so. Und es gibt eine Sprache, in der ich mich ausdrücken kann, in der ich zu Hause bin. Wenn mir das keiner wegnehmen kann, habe ich schon mal ein Stück weit weniger Angst, weil es gibt einen Ort, wo ich einfach mich behütet fühle. Und von dort aus könnte ich sagen, da kann ich dann auch Zweifel zulassen, in einem solchen, sage ich mal, kulturellen Konkon. Kann ich auch Zweifel zulassen, weil das ist etwas, wo ich weiß, da kann ich nicht vertrieben werden. Du meinst aus der Sicherheit heraus. Ja, das ist eine Grundsicherheit, die da ist. Es gibt Studien, wo man festgestellt hat, eine Frau, die abgetrieben hat, wenn die später nochmal schwanger wird, dass die Kinder, die dann schwanger werden, sich ihr Leben lang eher verstecken. Weil der Körper, die Gebärmutter, die Frau, als Gebärmaschine, nenne ich sie jetzt mal, in diesem Fall, kommuniziert zu dem Nachfolger, pass auf, hier bist du nicht unbedingt sicher. Also das, was man als Ursicherheit braucht, dieses Gefühl, dass man geliebt wird, dass man da, wo man ist, angenommen wird, das ist ja etwas, was bei ganz vielen Leuten in ihrer Beziehung, in ihrem Elternhaus nicht gestimmt hat. Das muss man ja heute sagen. Diese ganzen Single-Haushalten, diese ganzen Patchworks, so schön das alles ist, aber das Urvertrauen ist bei ganz vielen Leuten gar nicht da. Und dann sind sie bereit, etwas anderes stattdessen anzunehmen, was von außen kommt. Und du meinst, ohne dieses Urvertrauen fehlt eben auch dann das Selbstbewusstsein, die Meinung zu äußern, also das auch zu nutzen. Wir müssen grundsätzlich hingucken, womit es zu tun hat. Grundsätzlich. Weil du sagst ja zu Recht, hör zu, ich muss aufpassen, wenn ich als Suvisierwasch unterwegs bin, dass ich nicht in den Ken Jebsen zurückfalle. Da ist eine Sogwirkung. In dem Moment, wo man anfängt, verbal sich zu äußern, da kann man sich ja auch in Rage reden, wie so ein italienischer Sportreporter. Und deswegen vielen Dank für diese Krücke. Das möchte ich nicht. Also möchte ich aus einer philosophischen Perspektive darüber reden. Und da habe ich keine Sätze, die ich häufiger bemühen kann, weil ich sie häufiger benutze, weil ein Argument, wenn du es mal widerlegst, dieses Videos widerlegst, das passt auch beim nächsten Mal, wenn wieder dieselbe Attacke kommt. Also denke ich laut nach. Mir geht es ja tatsächlich darum, dass Menschen anders miteinander umgehen. Es geht mir nicht darum, dass ich Recht habe und dass ich zurück möchte zu einem Radiosender. Darum ist es mir noch nie gegangen. Es ging mir noch nie um eine Bühne, um eine Bühne zu haben, sondern die Motive, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin, hatten natürlich auch mit einem Elternhaus zu tun, was keines war. Wo ich gesagt habe, ich habe Willkür erfahren, also habe ich diese Willkür, die ich im kleinen Kreis erfahren habe, versucht, im Außen dahingehend zu bekämpfen, indem ich für Leute Partei ergriffen habe, stellvertretend, weil ich mir gewünscht hätte, dass man für mich damals Partei ergriffen hätte. Das sind ja die Motive, der Schöne und der wahre Grund. Aber heute wage ich okay, wenn das etwas ist, was meine Aufgabe war oder ist auf diesem Planeten, sagen, hör zu, übergeordnet, als Metapher, guck mal, was ist deine eigentliche Aufgabe? Dann ist mein Appell an Menschen, die das jetzt hören, und das hast du auch schon mal gesagt, wir müssen miteinander reden, weil wir miteinander leben wollen oder wir müssen miteinander leben, weil wir miteinander sprechen müssen, wie du es immer sehen willst. Wir müssen aufhören oder sollten aufhören, Angst vor etwas zu haben, was uns unbekannt erscheint. Wir haben Angst vor dem Unbekannten und wenn dann irgendjemand kommt, das ist mit diesem Gespenst, was du sagst, der dieses Unbekannte in schillerndsten Farben ausmalt, dann müssen wir das dem glauben, weil wir es ja gar nicht kennen. Und wir müssen also, wir sollten dann irgendeinen Ort haben, wo wir sagen können, der ist mir nicht unbekannt. Da kenne ich mich aus. Ich sollte eine Muttersprache haben. Ich sollte ein Heimatland haben. Ich sollte ein Gefühl zu meiner Nation haben. Ich glaube, der Weg an der Dystopie vorbei, der Weg weg von einem totalitären System ist, zu sagen, gibt es etwas, was mich schützt? Und ich glaube, das ist Nation. Wir haben mit Nation unangenehme Erfahrungen gemacht, aber ja nicht nur unangenehme Erfahrungen. Und wenn man das Wort heute Nation bemüht, dann muss man sich gleich, außer man ist dann Franzose. 2006 haben wir zum Beispiel keine unangenehme Erfahrungen gemacht, als die Weltmeisterschaft war. Da waren die Menschen sich, also das fällt mir gerade dazu ein, so nah wie nie. Also so nah habe ich das hier noch nie gespürt. Also wie 2006, wo wirklich alle miteinander in den Armen lagen und ja, also ich meine, mich hat Fußball nie wirklich interessiert, aber das hat mich schon fasziniert, wie freundlich die Menschen waren. Überall war ganz viel Frieden und Freundlichkeit und Fröhlichkeit. Und ich wünsche mir einen Patriotismus mit sich selbst. Und der Punkt ist einfach, ich denke deutsch, analytisch, korrekt, präzise. Das macht einen Teil meines Denkens meiner Sprache aus und das hat die deutsche Sprache ja auch in seiner Philosophie und in seiner Präzision hat ja etwas, was andere Sprachen so nicht haben. Du kannst in Deutsch Dinge so präzise ausdrücken und so auf den Punkt bringen, wie das in Deutsch eben nur möglich ist. Deswegen sind wir auch Maschinenbauer. Das hat schon was damit zu tun. Dafür gibt es Dinge, die man in anderen Sprachen macht. Wenn man sich mal überlegt, eine der schönsten Sprachen der Welt für mich ist Italienisch. Wenn man wie Italiener singen, deren Sprache, wie sie Essen beschreiben, wenn man zu einem Italiener in Deutschland in einen Laden geht, die spricht Italienisch, das ist einfach eine andere Welt, die man betritt. Das ist eine andere Sprachwelt. Und das heißt, das ist Vielfalt. Und warum würden wir die Italiener in Deutschland bitten, doch ihre italienische Welt im italienischen Laden aufzugeben? Natürlich nicht. Da gehen wir hin, weil es anders ist. Genau, da ist ja diese Vielfalt genau das, worum es geht. Weil es anders ist. Und das bedeutet aber letztendlich, es ist in jedem von uns anders. Aber die kleinste Gemeinsamkeit nach der Familie ist möglicherweise die Nation. Der deutsche Sprachraum, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, wo man sagen kann, da sind ähnliche Erfahrungen gemacht worden, da ist eine ähnliche Sprache. Das macht ja auch etwas mit deinem Denken. Da gibt es ja auch viele Forschungen, was Sprache und Denken, miteinander macht. Guckt ihr mal ohne Ton Menschen an, die Französisch sprechen, Menschen, die Italienisch sprechen, Amerikanisch, wie deren Mimik sich vollkommen unterscheidet. Da ist etwas anderes. Die fühlen auch anders. Menschen, die in die andere Richtung schreiben, denken auch anders. Die ein anderes Alphabet haben, was für unsere Verhältnisse vollkommen unübersichtlich ist, die denken auch anders. Die empfinden Dinge anders. Das ist die Vielfalt innerhalb der Menschen. Und das ist etwas, was normal ist, dahingehend, dass sich das aus der Natur heraus ja entwickelt hat. Und Globalisierung bedeutet, aus vielen unterschiedlichen Trachten, nenne ich die jetzt mal, eine Uniform zu machen. Das ist aber Verarmung. Das ist keine Artenvielfalt. Das ist McDonald's. Man nennt das dann italienische Wochen, das ist aber McDonald's. Das ist immer nur McDonald's. Und nie italienische Wochen, auch nie mexikanische Wochen. Das ist immer dasselbe mit einem, so schmeckt, glaube ich, Italien. Wer in Italien war, stellt fest, drei Häuser weiter, schmeckt Italien ganz anders. Und ich glaube, diese Vereinfachung, die wir erleben in der Globalisierung, du kannst alles mit booken.com eine App machen, das suggeriert, dass die Welt gleich wäre. Und dann stellen wir plötzlich fest, die Welt ist aber gar nicht gleich. Und das macht uns dann total Angst. Weil die Natur eben, und das ist mir jetzt so schön auch nochmal klar geworden aus dem, was du sagst, die Natur ist Vielfalt, immer schon gewesen. Und die Natur lebt aus dieser Vielfalt heraus. Und die Monokultur, wo kommt die her? Die kommt doch immer aus irgendwelchen globalistischen Tendenzen, oder? Das kann ich jetzt so. Oder kapitalistischen Tendenzen. Monokultur kennen wir ja erstmal aus der Landwirtschaft auch. Also da kommt irgendwas von oben und sagt, nee, die Natur ist nicht schlau genannt, wir müssen da eingreifen. Ja, aber Monokultur bedeutet eben auch, wenn einer den Hut aufhaben will und es für ihn eine hohe, also es geht ja nicht nur an der Maschine, eine hohe Stückzahl rechnet sich, sondern auch, ich habe einen Gedanken, den vervielfältige ich, daraus mache ich Kirche. Dann weiß ich, dass einer mit einem Rad ganz viel bewegen kann. Das ist also, oben drehe ich an einem Rad und das Zahn, ich muss eine Maschine gebaut haben, wo alle wie Zahnräder funktionieren, damit ich unten einen Rieseneffekt habe. Warum macht jemand eigentlich, der das ganz oben macht? Weil der letztendlich Gott spielen möchte. Er möchte zeigen, ich habe, so funktioniert auch Geld, ich kann so machen und habe dann das Bruttosozialprodukt von Indien. Damit habe ich Macht. Das ist letztendlich auch Angst. Macht zu Lebzeiten. Weil ich muss ja am Ende sterben. Bill Gates muss sterben. Das ist ein schlimmer Wort gefallen. Aber mein Appell ist, auch an die Damen und Herren in diesen Medienbehörden, wahrscheinlich denken sie, und ich bin davon aus, sind die Überzeugung, das ist das Richtige. Da gibt es Menschen da draußen, die sagen Sachen, die können möglicherweise gefährlich werden für die Grundordnung. Das, und deswegen müssen wir das verhindern, indem wir das einschränken. Die Einschränkung macht die Sache gefährlich. Und ich möchte jetzt mal nur das Gedankenexperiment zu Ende führen an die Damen und Herren in den Medienbehörden, die sagen, wir müssen hier, wir nennen das nicht Zensur, einschränken, indem wir eben sagen, sie haben da ihre Sorgfaltspflicht nicht richtig gemacht. Obwohl klar ist, wenn man einen journalistischen Betrieb mitleitet und da kommen jeden Tag x Beiträge daraus und du müsstest jeden Satz bis zu Ende recherchieren, das ist nicht machbar, das ist nicht leistbar. Irgendwo sagen, ab hier ist es eben so. Und das heißt, du kannst sie irren, da müsstest du sagen, okay, ich bringe eine Gegendarstellung, aber deswegen ja auch die Meinungsfreiheit. Es gibt Dinge, da gibt es diese Meinung zu und diese Meinung zu und beide behaupten von sich und gehen davon aus, dass das, was sie sagen, die Wahrheit ist, es ist ihre Wahrheit, weil eins ist doch klar, die Wahrheit gibt es nicht. Wenn es die Wahrheit gäbe, gäbe es keine Forschung, denn es würde bedeuten, es gibt nichts zu erforschen. Wahrheit bedeutet, dass wir danach suchen. Forschung bedeutet, dass wir danach suchen. Das heißt also, Wahrheit als abgeschlossenes gibt es eben nicht. Das wäre Stillstand. Das kann der Mensch gar nicht. Wenn der Mensch sich Fragen stellt und es gäbe die Wahrheit, dann müsste er sich doch die Frage stellen, warum er überhaupt Fragen stellen kann, wenn es doch die Wahrheit gibt, weil er sie noch nicht hat, weil er sich auf die Suchbeg gibt, weil er sie niemals finden wird, weil es eben unterschiedliche Perspektiven gibt. Alle Perspektiven zusammen, auf alles, ist die Wahrheit. Und das übersteigt jeden menschlichen Gedanken. Aber zurück zu diesen Behörden. Das, was sie hier zimmern, sorgt dafür, dass ganz oben an der Pyramide im Moment dann sie, jemand bestimmt, was wahr ist und was nicht wahr ist und was mit Leuten passiert, die die Unwahrheit aus ihrer Sicht getarnt als Meinung veröffentlichen. Die werden erst mal verklagt, dann mit Geldbußen gefügig gemacht und irgendwann bei Wiederholung platt gemacht, weggeschlossen. Und wenn dieses System etabliert ist, gibt es einen Nachfolger, der dann in der Medienbehörde arbeitet. Und was könnte der Nachfolger mit diesem festen Korsett anfangen, und zwar gegen die, die das vorher etabliert haben? Man stelle sich Folgendes vor, ein begabter ehemaliger Rademoderator würde diese Medienbehörden das alles weitermachen lassen, bis es Superstar ist und dann lässt er sich direkt wählen für eine Partei, die möglicherweise antidemokratisch sein möchte. Aber auf demokratischem Weg bringt er sich dorthin und dann bringt er die Gesetze, die vorher von diesen Behörden gezimmert wurden, in Stellung, um sie gegen diese Behörden, gegen diese Beamten, gegen die alle zu benutzen und wird selbst totalitär. Er nutzt dieses System, was vorher auf den Weg gebracht wurde, um danach den Staat vollkommen zu kassieren und zu kippen. Das hat es in der deutschen Geschichte ja schon mal gegeben. Es ist also wiederholbar, wenn du dasselbe im Vorfeld etablierst, da bräuchtest du dann nur einen sprachbegabten ehemaligen Rademoderator, der in der Lage ist, umzuschalten auf totalen Populismus und der alle Register zieht und der es schafft, die Massen auf seine Seite zu bringen und ihnen das Gehirn dermaßen zu waschen auf Grundlage dieses Systems. Kannst du das ausschließen, Jens? Können die Behörden, die das bauen, in der Absicht, das zu verhindern, können sie ausschließen, dass nicht genau das, das ist, was benötigt wird, um es zu wiederholen, Gibt es solche Politiker schon? Wir haben heute schon Technologien wie Siri oder aber auch Alexa, die stellst du auch auf den Tisch, da brauchst du gar keine Kinder mehr, die die Eltern denunzieren. Das macht KI. Und solche Gesetze, wo die Meinungsfreiheit beschnitten wird, sind die Grundlage, denn das ist dann alles rechtens. Aber es ist nicht richtig. Und ich glaube, und da sind wir bei der philosophischen Komponente, wir haben die Wahl zwischen dem absolut Richtigen, was möglicherweise das absolut Böse sein kann, was uns aber auch die absolute Sicherheit gibt, vor was? Dass uns den Zweifel nimmt, vor was? Dass wir immer auf der richtigen Seite sind. Aber dann müssen wir uns auch gar nicht mehr entscheiden. Das heißt, es ist für uns schon entschieden worden, von wem? Und ist das der Auftrag, dass wir auf diesen Planeten gekommen sind? Dass jemand für uns die Entscheidung getroffen hat? Oder ist das Spiel nicht eigentlich, hier musst du selbst entscheiden? Ist das nicht das Spiel? Du musst selbst entscheiden, wie weit du Angst zulässt, wie weit du Zweifel zulässt. Und wenn du das alles nicht haben möchtest, dann gibst du, und das ist meine Theorie, dem Bösen die Hand. Sagst, ich mache das für dich. Ich mache was mit dir und mit deinem Umfeld. Und wenn man speziell in Deutschland geboren wurde, dann muss man sich doch, muss man sich doch nur den Rückspiegel angucken. Und sagen, das hatten wir schon mal und es war anders gemeint. Als es losging, hätte niemand gedacht, der damals sagt, naja, da bin ich, da gibt es, ich habe auch eine Wut, ich muss, dass es so enden würde. Und da sind wir genau wieder mal, ich glaube, unsere Aufgabe besteht auch darin, am Anfang hinzugucken, wo wir sagen, wir sind bereit, den Zweifel, ein Stückchen zu kassieren und dann noch ein bisschen mehr und noch, und das muss jetzt weg und das muss, und der kann jetzt ins Gefängnis und da schränken wir ein, bis am Ende keiner mehr da ist, der sich für uns einsetzt, weil die, die gerade kassiert werden, das sind wir ja dann eben alles nicht mehr. Ich möchte gar nicht die Sprüche bemühen. Als der abgeholt wurde, kam ich nicht, der war ich ja nicht und am Ende ist keiner mehr übrig. Es ist ein Angebot, durchgereicht von Menschen, die in der Überzeugung handeln, das ist das absolut Richtige und damit es 100% funktioniert, müssen die jede Art von Zweifel ausradieren. Und da fällt mir eine Anekdote ein, die Hans-Peter Dürr mal von sich gegeben hat, der große Physiker, der damals zu Edward Teller gegangen ist, der war ja, ist aus Deutschland raus, hat bei Edward Teller dann sich mit Atomphysik intensiv beschäftigt und Edward Teller sagte dann zu ihm, ja, sie wäre eben, er kommt ja aus Nazi-Deutschland gerade und sie bauen eben an dieser Atombombe oder haben die Atombombe schon gebaut und das ist eben gut, weil jetzt die Richtigen diese Bombe haben. Die Richtigen. Und da hat Dürr gesagt, wie die Richtigen? Was passiert denn mit dieser Bombe? Ach, die Falschen können die Bombe haben. Und das ist genau das, was ich immer wieder feststelle und das ist die Frage, die man vielleicht auch philosophisch dahingehend beobachtet. Wir kriegen ständig ein Angebot von dem, was wir da draußen sehen. Komm auf die richtige Seite. Hier ist das Licht. Komm auf die richtige Seite. Hier ist das absolut Gute. Du bist dabei, das Böse total zu bekämpfen. Mach mit uns mit, indem du alles, was nicht auf der richtigen Seite ist, exzessiv vernichtest. Zerstöre die Gedanken dorthin. Schließ dich an, wenn diese Meinung nicht mehr geäußert werden darf. Sei dabei, wenn die Leute weggeschlossen werden. Vernichte deren Existenz. Das ist das Gute. Wir sind die Guten. Wenn wir die Existenz von den Falschen vernichten, sie wegschließen, bekämpfen, eine Stimmung aufbauen, damit du auch dabei bist, um sie einzuhalten, dann bist du auf der Seite der Guten. Erkennst du das eigentlich? Jetzt ist die große Frage, wieder die große Frage, was kann denn der Einzelne tun? Weil das, was du sagst, auch sofort wieder ein Gefühl von Ohnmacht auslöst? Überhaupt nicht. Und Ohnmacht ist ohne Macht zu sein. Du hast die Macht, dieses Angebot wie ein Schnäppchen nicht anzunehmen. Ja, aber ich komme jetzt gerade zum Beispiel Bargeld. Das war ja noch vor ein paar Jahren absolute Verschwörungstheorie, dass das abgeschafft werden soll. Es wird ja auch so immer weniger, sagen wir mal so. Also ich komme das mit, dass immer weniger Automaten, immer weniger, also Geldautomaten, immer weniger auch Menschen, die, also es ist wieder nur meine Privatdemoskopie, aber das ist schon bemerkenswert, dass die wenigsten noch mit Bargeld bezahlen. So, ich selber bin oftmals zu bequem, nehme meine EC-Karte, weil es einfach praktischer ist. Jetzt hast du ja jahrelang auch immer wieder davor gewarnt bei CanFM, Interviews gemacht mit Experten, Ernst Wolf, Hering, Hering, Senf, genau, Senf, also immer wieder, immer wieder. Aber, es macht kaum jemand mit. Also im Sinne von, Jens, du weißt, worauf ich hinaus möchte, Ich weiß, worauf ich hinaus will. Und da sind wir bei, Also ich will einfach nur dieses, ich will einfach nur, das ist die Frage, die wir uns auch schon während dieses Gesprächs gestellt haben, kann man da präventiv so aufklären, dass es nicht zum Knall kommen muss und dass es einfach friedlich, dafür stehe ich ja, nun auch voll, dass alles friedlich läuft, aber dennoch irgendwie, mir fehlen da gerade ein bisschen die Worte, weil ich finde es schwierig, die Gedanken, die ich dazu habe, alle so sinnvoll zu ordnen, dass ich da eine konkrete Frage draus formen kann. Also friedlich bedeutet ja nicht, dass man das nicht ohne Vehemenz macht. Und ich möchte auch an dieser Stelle mal einen Norm Schomsky zitieren, der gesagt hat, also diejenigen, die die Macht haben, die werden die nie ohne Gewalt abgeben. Die Frage ist, wie wir Gewalt definieren. Da sind wir auch wieder, das Maß der Gewalt bestimmt die Gegenseite. Rudi Lutschke hat das gesagt. Sind wir eigentlich bereit, oder wollen wir anerkennen, sehen wir, dass das Leben, wie wir es gebucht haben, wenn wir das mal aus der Sicht, ich habe mein Leben gebucht, dass das bedeutet, ich sage ja zum Risiko. Das ist der Preis dieses Tickets, dass ich in diesem, dass das Leben und das, was ich hier tue oder auch lasse, ist mit einem Risiko behaftet. Alles. In die Tür und Exit. Ja, das ist genau das. Falsch am Springen. Genau das ist es. So, und ich glaube, dass, wenn du sagst, wie können wir diese Ohnmacht überwinden? Indem wir erkennen, wovor habe ich eigentlich Angst? Ich habe Angst, in einer Gesellschaft, die immer mehr Uniform wird, die immer mehr im ideologischen Gleichschritt marschiert, das Falsche zu sagen, mich zu äußern, also Doppelsprech im Kopf schon zu haben, weil sonst könnte ich aus dieser Gemeinschaft rausfallen. Und das ist eine Frage, die ich mir in den letzten Jahren gestellt habe und da habe ich eine Antwort drauf gefunden. Wer ist an meiner Seite, wenn kein Mensch mehr an meiner Seite ist? Egal, wie du es nennst. Gibt es da etwas, an das ich glaube? Cloud, Gott, Schöpfung, Shiva, Blockchain. Nenn es, wie du willst. Der Mensch macht ja nur Dinge nach, die eben so. Und ich glaube, da gibt es etwas. Also vor was hast du Angst? Und das ist nochmal mein Appell. Wir leben heute in Zeiten, wo es natürlich auch für meine Branche leicht fällt auf die bösen Buben, in diesem Fall die MABB. Das sind ja gar keine bösen Buben. Das sind Menschen, die einfach tun, was ihnen aufgeschrieben wurde. Die arbeiten das einfach ab. Auf die zu sagen, guck mal, was die da machen. Aber mein Appell ist eben speziell an diese Menschen, die das tun. Die deutsche Geschichte ist voll von Menschen, die gedacht haben, dass sie das richtig tun. Das ist die Banalität des Bösen. Die haben das nicht alle gewusst, so ganz genau, sondern sie haben teilweise etwas verdrängt. Ich glaube, wenn ich bei Hans-Joachim Maas gesagt habe, er lässt es nicht mehr gelten, dass die Menschen sagen, ich habe das alles nicht gewusst. Ich wollte das nicht wissen, weil das hat mir Angst gemacht. Mir hat Angst gemacht, wenn das, was ich spüre, wenn das zutrifft, was soll ich denn da nicht, was soll ich denn da machen? Ich habe gesagt, nicht mit. Aber auch die Angst überwinden, dass selbst wenn ich alleine mit dem stehe und das denke und das sage, dass das trotzdem richtig sein kann. Und wenn ich das aber nicht mache, sondern anfange zu lügen, dann glaube ich, ein falsches Leben im richtigen Leben zu können oder ein richtiges Leben im falschen. Und das geht eben nicht. Und mein Appell ist an alle, die das hören, sich die Frage zu stellen, wie will ich denn leben für mich? Will ich in Angst leben? Das darf ich nicht sagen, denn morgen darf ich das auch nicht denken, weil die KI liest es dann an deinen Augen, was du gerade gedacht hast. So weit wir gehen in diese Richtung. Was ist das für ein Leben? Dann sind wir Automaten. Also davor sollten wir eigentlich Angst haben, denn niemand kann immer das Richtige tun. Das Leben besteht aus Fehlern. Der Fehler ist die Basis, um etwas zu lernen. Ja und vor allem auch, genau, der Fehler ist die Basis für Weiterentwicklung. Für Weiterentwicklung. Das heißt, wir brauchen den Zweifel, wir brauchen Abweichung. Und das ist in der Demokratie Opposition. Wenn die Regierung macht einen Vorschlag und der Vorschlag ist in der Regel so, dass die Regierung einfach regieren kann. Und alle, die sich das anhören, haben nicht nur unter Umständen, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit eine abweichende Meinung. Selbst in einer Partei gibt es jede Menge abweichende Meinung. Ich würde nicht sagen, dass die Linken geschlossen sind oder die Grünen oder die AfD. Es gibt keine geschlossenen Parteien. Deswegen wird ja immer wieder appelliert, in dieser Frage doch bitte geschlossen zu sein. Man sieht es ja zum Beispiel auch an Sarah Wagenknecht oder Einzelakteuren, die dann eben dementsprechend... Oder dass Menschen während einer Situation, die sich über mehrere Wochen oder Monate hinzieht, ihre Meinung ändern, also den Kurs ändern. Das heißt, warum auch immer. Das heißt, es gibt nicht die eine Wahrheit, auf die ich mich berufen kann. Wenn ich das nämlich machen würde, dann wäre ich ja frei von Entwicklung. Wenn ich immer noch genau das denken würde, was ich mit elf gedacht hätte, dann wäre ich gesagt, der ist auch stehen geblieben. So. Also das ist der Punkt, über den wir ja immer wieder auch sprechen, wie die Mikrofone aus sind. Und wie können wir kommunizieren? Was können wir tun, damit die Menschen tatsächlich einen Standpunkt einnehmen, der nicht einer ist, auf den sie sich beziehen können? Das hat Klaus Kleber oder wer auch immer gesagt. Und ich glaube, das sollte ein Standpunkt sein, der in uns selbst drin ist. Aber dazu muss es irgendeinen Fixpunkt geben, wo ich sagen kann, da bin ich mir sicher. So bin ich geliefert worden. Ich bin mir sicher, wo ich geboren wurde. Und ich bin mir sicher, welche Muttersprache ich habe. Da bin ich mir sicher. Und wenn wir das eben aber auch nicht haben, dann kann man uns rumschubsen. Das hat ja heute das neue Wort flexibel. Diese Flexibilität hat den Preis, dass man uns nicht nur rumschubsen kann, sondern jede Art von Freiheit beschnitten anbieten als die neue Freiheit. Und die neue Freiheit ist eben ein Meinungsverbot. Das wird als Freiheit empfunden. Weil wir das nicht mehr unterscheiden können. Wir sind wir. Wir sind wir. Und deswegen ich appelliere auch an eine praktische Maßnahme, weil natürlich ist der Mensch ein geistiges Wesen. Natürlich hat er einen Verstand. Er hat auch etwas Füße. Er hat auch einen Körper. Die Dinge gehören zusammen. Man kann es nicht. Entscheide dich doch jetzt mal. Ja, aber das ist eine philosophische Frage zu sagen. Ist er ein geistiges Wesen, der eine körperliche Erfahrung macht? Oder ist er ein körperliches Wesen, der eine geistige Erfahrung macht? Also ich wäre eher auch beim Ersten. Also er ist ein geistiges Wesen, der eine körperliche Erfahrung macht. Das ist der Mensch. In der Sprachwissenschaft wissen wir, erst wird komplex gedacht und daraus kommt die Handlung. Das heißt, aber was da gedacht oder gesprochen wird, das ist, das hole ich mir raus und das formuliere ich dann und aus diesen Gedanken wird die Materie um eine Handlung. Und mein Appell ist an Ali, wo will er denn eigentlich hin? Ich will gar nicht irgendwo hin, weil ich sagen möchte, wir können gar nicht irgendwo hin. Wir sind eigentlich schon hier. Wir wollen immer von da, wo wir sind, weg an einen Ort, der sicherer ist. Und deswegen kann man uns in der Gegenwart immer Angst machen und in der Zukunft wird alles besser. Wir werden die Zukunft nie erreichen. Und wenn wir verstehen, dass das ein Spuk ist und dass es ein Angebot gibt, von der dunklen Seite der Macht uns aus der dunklen Gegenwart in die helle Zukunft zu führen, die wird aber ganz eng und mit vielen Verboten, wir müssen doch alle aufeinander aufpassen, dann ist das etwas, was uns genau in die Gegenrichtung führt. Das ist das Heilsversprechen. Das ist das Gegenteil von Gut. Dieses Überversicherte ist das Gegenteil auch von Leben, von Lebendigkeit. Das ist ein großes Gefängnis, das wir vorbereiten. Das ist aber ganz sicher. Das ist ein Hochsicherheitstrakt. Unser Leben wird dann zum Hochsicherheitstrakt. Da passiert uns gar nichts mehr. Aber es passiert auch dort nichts mehr. Die Worte in Deutschland haben ja auch eine Doppelbedeutung. Da bin ich ja für Experte. Und die Frage ist, wollen wir so leben? Soll sich unser Leben so anfühlen? Und deswegen, ich bin gar nicht gegen die Behörde oder gegen die, weil ich bin auch nicht gegen Herrn Lauterbach. Herr Lauterbach hat, der denkt, so muss es sein. Ich will doch alle retten. Ich will alle retten. Die Frage, die wir stellen können und die du ja schon gestellt hast, ist, ob wir nicht akzeptieren müssen, dass wir, dieses System, nennen wir es mal Titanic, schon so weit gekippt ist, dass wir es nicht mehr retten können. Aber wenn das so ist, dass wir mit dieser Mannschaft diesen Kahn nicht mehr retten können, könnte ja sein, und dass wir diese Erfahrung machen wollten, nämlich nicht, wir gehen unter, sondern wir begeben uns in die Boote, dass das der Neuanfang ist. Beziehungsweise, es wird Leute geben, die auf den Booten bleiben, also auf dem Kahn bleiben, die bis zum Schluss spielen. Und es wird Leute geben, die sagen, auch wenn keiner mitgeht, das hat schon ein bisschen Schlagseite, ich glaube, es geht richtig unter, ich kenne unten die Dienstleistung, ich steige in unsere Rettungsboote. Vielleicht ist das die individuelle Erfahrung, die der Einzelne von uns machen möchte. Egal, wenn er auf der Titanic war, er macht entweder die Erfahrung, dass er ins Boot gestiegen ist und überlebt hat, oder er macht die Erfahrung, dass er das nicht gemacht hat, weil er nicht daran geglaubt hat, oder er macht die Erfahrung, er wäre gerne ins Boot gestiegen, hat aber jemand anderen den Vortritt gelassen. Aber er macht auf jeden Fall die Titanic-Erfahrung. Ob er noch darüber berichten kann, nach dem Untergang der Titanic, hängt davon ab, für was er sich entschieden hat. Aber das ist die Möglichkeit, das ist der Zweifel, geht die Titanic jetzt unter, oder geht es nicht? Das ist der Zweifel. Und wer sich gesagt hat, ich habe Zweifel, der hat überlebt. Wer den Zweifel hatte, hat überlebt. Nicht, der sich ganz sicher war, was die Regierung gesagt hat, das war der Käpt'n. Alles ist sicher. Ist sie untergegangen, oder ist sie nicht untergegangen? Also ich finde, du entfernst dich von der Frage, die du zwischendurch hattest, nämlich die nach dem Fixpunkt. Wo ist der Fixpunkt? Der Fixpunkt ist... Das ist die interessante Frage. Der Fixpunkt, Spock, danke, der Fixpunkt ist, es geht um die innere Erfahrung. Es geht um die Macht, sich zu entscheiden, für welche Erfahrung. Es ist keine... Es stand nicht fest, wer auf die Titanic ist, wer an Bord bleibt, wer einem anderen den Vortritt lässt und wer ins Boot. Das hat sich dort dann ereignet. Ich glaube, es war für die Personen, also aus der Sicht des Kamers, er wollte untergehen, Vortritt lassen oder ins Boot gehen. Aber für uns in unserer Gegenwart, die das nicht wissen, was vor uns passiert, das macht das Spielerische des Lebens aus, dass wir keine Röntgenaufnahme sind, eine Fotografie, die sich dauernd verändert, ist der Fixpunkt, vertraue deiner Intuition, dass du am Ende eine Entscheidung treffen wirst und das heißt, um die Entscheidung treffen zu können, muss es den Zweifel geben. Intuition. Vertrauen in den Zweifel. Ja, aber erst mal, und das ist das, was ich eben meinte, ist schon ein bisschen her, mit dem, dass Menschen abgeschnitten sind von ihren Emotionen und eben auch von ihrer Intuition. Also verlernt haben, sich auf ihre Intuition zu verlassen. Das ist also, jetzt, wenn ich das mal auf mich beziehe, das, was mir in den vergangenen 12, 13 Jahren oder was mir vor 12, 13 Jahren komplett gefehlt hat, meine Intuition, die durch meinen Weg, den ich dann mit Schicksalsschlägen und Co. gegangen bin, wiederbekommen habe und dadurch heute intuitive Entscheidungen treffe, die mit dem Verstand überhaupt nicht zu begründen sind. Aber wenn ich sie intuitiv treffe, ist das Ergebnis am Ende immer ein gutes, richtiges, eines, das sich im Flow befindet. Und die Frage ist, wie gelingt es für viele wieder an diese Intuition zu kommen? Ich glaube... Also gelingt das, lass mich die Frage noch zu Ende führen. Bei mir war es der Schmerz. Ja, also ich musste durch den Schmerz durchlernen, durch Schmerz. Ist das vielleicht das, wie auch das Leben funktioniert? Brauchen wir den Schmerz in der Dualität? Brauchen wir auch den kollektiven Schmerz, den großen Schmerz? Ich glaube, dass wir in mehrerlei Hinsicht Nahtoderfahrung machen. Wir haben im Moment eine Nahtoderfahrung, was Demokratie angeht, weil die Demokratie nähert sich dem Tod. Wir haben, viele von uns haben eine Demokratieintoleranz. So, und wenn die so weitergeht, dann stirbt die Demokratie. Ist auch eine Nahtoderfahrung, was diese Staatsform angeht. Dann kommt wieder was anderes. Das können wir überall erleben. Und ich glaube, wir brauchen dafür die Krise, also den Schmerz, dass wir uns das anders vorgestellt hätten, früher, als wir nicht drüber nachgedacht haben. Da lief es doch auch irgendwie, weil wir nicht drüber nachgedacht haben. Ich habe ja schon mal gesagt, ich dachte, ich wäre in einem liberalen Deutschland groß geworden. In Wirklichkeit war Deutschland der Zeitgeist liberal. Und die Menschen sind jetzt eben links- oder grün-autoritär. Und jetzt sind sie so. Im Grunde ist das ideologischer Gleichschritt. Und da können wir die Frage stellen und auch die meiner Meinung ehrliche Antwort geben, jetzt wird uns das erst bewusst, Es sind gar nicht so viele Leute auf einmal passiv, die sie früher nicht passiv waren. Jetzt erkennen wir nur, weil wir durch andere Medien einen anderen Blick haben, einen anderen, huch, wir gehören nicht mehr zu der großen Gruppe. Als man diese Möglichkeit nicht hatte, konnte man ja auch nicht zu dieser anderen Gruppe gehören, weil man es ja gar nicht festgestellt hat. Jetzt merkt man aber eben über den anderen, ich bin nicht allein. Und das ist ja genau das, wenn immer mehr Leute das Gefühl haben, dass sie nicht allein sind und sich von einer Gruppe absondern, also ihre eigene neue Welt aufmachen, praktisch in ihr geistiges Amerika übersiedeln, ohne die Ureinwohner auszurotten, dann wird plötzlich möglich sein, ach so, ich habe für jetzt ein eigenes Leben. Und ich glaube, es braucht dazu auch immer einen Abschluss. Also, dass das Fernsehzeitalter zu Ende war, konnten wir erst bemerken mit der Erfindung des Internets. Erst das Internet, ach jetzt weiß ich, was das Fernsehzeitalter ist. Und die Frage ist doch, das sind alles Technologien. Wir haben ja uns in diesen ganzen Perioden immer technologisch weitentwickelt. Vielleicht, die Frage ja ist, was kommt nach dem Internet? Und es wird was kommen. Ja, vielleicht kommt eine wirklich spirituelle Cloud, wo wir nichts mehr genau wissen und trotzdem miteinander emotional verbinden und viel tiefer wissen. Weil wissen, wie wir es heute im Internet haben, ist so, wie es bei Wikipedia oder bei Google recherchiert werden kann, die aktuellen Anzeigen ganz oben. Das oberste stimmt. Stimmt das? Oder es ist lanciert? Das ist das, was der Zeitgeist im Moment als Wahrheit ausspuckt. Genau. Und deswegen brauchen wir auch da Bewusstsein, um das einordnen zu können. Deswegen brauchen wir Zweifel. Nichts von dem, was heute wahr ist, ist auch morgen noch wahr. Nichts ist absolut richtig. Das heißt, mein größter Feind kann die Information haben, die ich brauche, um über ihn später in die Zukunft zu gelangen, in die Freiheit zu gelangen, obwohl ich sie versuche, als Gefängnis zu gestalten. Und das ist mein Appell an alle, die dem jetzt zuhören. Ich glaube, dass das, was wir im Moment haben, durch Fakten nicht gelöst werden kann. Und da sind wir wieder bei der Intuition und weil wir auch darüber sprechen, was kann jeder Einzelne tun, versuchen, seine Intuition zu trainieren. Das kann man nämlich trainieren. Und also, die Erfahrung habe ich gemacht, dass man das sogar sehr gut trainieren kann, weil die Realität, die da draußen stattfindet, halt auch immer verrückter wird insofern, als dass du ja auch durch künstliche Intelligenz, wie auch immer, jedem mittlerweile alles in den Mund schieben kannst. Also du kannst irgendwie, keine Ahnung, Olaf Scholz Dinge sagen lassen und es sieht so aus, als hätte Olaf Scholz das gesagt, obwohl er es nie gesagt hat. Was bedeutet das? Bedeutet im Umkehrschluss, die Wahrheit werde ich wieder nur erreichen, wenn ich mich auf meine Intuition verlasse, weil meine Intuition ist Wahrheit, meine Wahrheit. Wenn wir als Journalisten Informationen sammeln, haben wir oft ein sehr umfassendes Bild und stellen am Ende fest, das ist nur der Rand von dessen, was es zu wissen gibt. Selig sind die, die geistig arm sind, steht in der Bibel. Wenn ich nur ganz wenig weiß, dann ist die Sache für mich einfach und übersichtlich, aber es ist in jedem Fall perspektivische Szenen. Die Frage ist, wie du sie gerade auch versuchst, das zu formulieren und da stelle ich es mal zurück. Was machst du eigentlich, wenn du noch all der Recherche und all deinem Wissen feststellst, dass der Zweifel sich vergrößert hat? Du weißt gar nichts. Vorher warst du besser dran, da warst du übersichtlich. Da wusstest du wenigstens Bescheid. Jetzt weißt du gar nichts. Wie gehst du damit um, wenn das möglicherweise zu einer Ohnmacht führt und, oh Gott, kognitive Dissonanz. Und was machst du, um da rauszukommen? Ich jetzt persönlich? Also ich habe für mich gelernt, dass ich, also das sind ganz einfache Mechanismen. Erdung, in die Natur gehen, mich bewegen, mich besser ernähren, meditieren, versuchen durch Achtsamkeit an meinen inneren Kern heranzukommen und mir meine Traumata der Vergangenheit anzuschauen und zu erkennen, weshalb mich Dinge triggern, weshalb mich Dinge emotional so teilweise auch aus der Fassung bringen und mich dann immer wieder zu fragen, was hat das alles mit mir zu tun? Warum? Warum gehe ich damit in Resonanz? Also das sind so jetzt mal zusammengefasst die Mechanismen, die ich in den vergangenen zehn Jahren gelernt habe, mit denen ich in solchen Situationen von Zweifeln, Ohnmacht, kognitiver Dissonanz immer relativ schnell wieder zu mir selbst finde, in mich selbst auch, sage ich mal, so rein spüren kann, dass ich für mich eine Stabilität entwickle und eben nicht das Äußere brauche, um mich gut oder sicher zu fühlen. Das funktioniert natürlich nicht 24-7. Ja, also ich meine, ich bin ja auch kein Mönch, der auf irgendeinem Berg sitzt und den ganzen Tag betet. Das ist immer wieder mit einer bewussten Entscheidung verbunden. Immer wieder der Entscheidung zu sagen, will ich jetzt zum Beispiel aus diesem Drama, das sich da gerade für mich ergibt, aussteigen? Ja, will ich, weil im Drama zu bleiben, kostet mich nur Energie und es führt zu nichts. Aus dem Drama auszusteigen, kostet mich auch Energie, nämlich ich muss dann eben mit den Methoden, die ich da eben gerade kurz beschrieben habe, meine Energie einsetzen. Aber es führt für mich zum Licht am Ende des Tunnels. Es führt für mich zu Hoffnung, zu Versicht. Einfach für, es führt dazu, dass ich in einem guten Moment dann sein darf. Ob das dann in einer Stunde auch noch so ist? Keine Ahnung. Wenn es in einer Stunde wieder schwierig ist, muss ich wieder daran. Also es ist eine ständige Arbeit mit mir selbst und an mir selbst, um da in meine Kraft zu kommen. Gibt es in den letzten Monaten oder letzten eineinhalb, zwei Jahren einen Irrtum, den du bei dir selber bemerkt hast, worüber du sehr froh bist, dass du dich dahingehend geirrt hast? Ja, also worüber ich froh bin, dass ich mich geirrt habe. Und ich war fest davon überzeugt, so würde es kommen. Und heute bin ich so froh, dass ich falsch lag. Impfpflicht. Das war ein Thema für mich, wo ich von ausgegangen bin, das kommt, das läuft jetzt so durch. Und ich war froh, dass ich falsch lag. Warum, denkst du, ist es nicht durchgekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es von zwei Möglichkeiten. Also entweder ist die eine Möglichkeit die, dass durch die alternative Aufklärung viele Menschen tatsächlich dann auch, ja, nein gesagt haben. Also durch Vergrößerung des Zweifels. Genau. Viele Menschen nein gesagt haben. Möglicherweise, das ist jetzt dann wieder die Variante, wo es dann die bösen Kommentare hagelt, ist aber auch durch dieses ganze Widerständige, jetzt mal aus der wieder spirituellen Sicht, eben dem so viel Energie gegeben worden, dass es überhaupt erst so weit kommen musste, weil in einer Welt, in der es um Egos geht, natürlich, wenn jemand irgendwo da in Berlin sitzt und sagt, ich bin der Chef, damals war es glaube ich Jens Spahn, also am Anfang, ja, ich bin der Chef und ich entscheide hier, was mit eurer Gesundheit passiert und es immer mehr Leute gibt, die dagegen gehen, der auch wieder einen drauf setzt. Also dass sich das so gegenseitig hochschaukelt. Ich weiß es nicht. Wir sprechen ja in... Hast du eine Antwort für mich? Ich habe keine, ich versuche eine andere... Aber du hast verstanden, was ich meine, oder? Ich verstehe genau, was du meinst, aber das ist ja etwas, das kannst du ja nicht beweisen. Nein, natürlich nicht. Also ein Pol, er zwingt seinen Gegenpol, hat ja schon... Du kannst ja auch nicht beweisen, dass Homöopathie funktioniert und für mich funktioniert sie. Kannst du nicht beweisen. Du kannst eigentlich gar nichts wirklich beweisen. Also du kannst ja immer nur beweisen nach irgendwelchen Studienlagen, wie auch immer. Im Nachhinein kannst du ja erst beweisen. Was rätst du denn eigentlich der Zielgruppe, die uns zuschaut und die Dinge genauso sieht wie wir oder ähnlich? Oder glaubt zu denken, dass sie die Dinge ähnlich sieht wie wir? Da kann man sich ja irren, das hast du ja neulich mitbekommen. Wenn du... Du kannst der Held für eine Zielgruppe sein, wenn du in irgendeinem emotionalen Thema abweichst, dann fällst du ins Bodenlose, wie so eine Aktie. Was rätst du unserer Zielgruppe? Die wäre doch aufgeklärter, Glauben zu sein. Ich rate unserer Zielgruppe tatsächlich in die... Immer stärker in die Eigenverantwortung zu gehen und auch zu kommen und das auch zu leben und aufzuhören, anderen die Schuld an etwas zu geben. Da bin ich jetzt auf der spirituellen Ebene, aber die spirituelle Ebene ist für mich mittlerweile genauso wichtig wie die Ebene des Menschseins. Nämlich, dass irgendwie es eine höhere Ordnung gibt. Und was rätst du denjenigen, die auf der anderen Seite, wir beide wissen, dass es keine Seiten gibt, aber die auf der anderen Seite sind, sagen, ja, ihr seid doch alles schwoblau und komische Menschen. Was rätst du denn denen? Wie kommst du an die ran? Ich komm an die nur ran, indem ich mein Leben möglichst authentisch so lebe, wie es aus meinem Inneren heraus sich richtig anfühlt. Weil ich glaube, da sind wir dann bei Ganser, der sagt irgendwie, Leuchtturm werden, um für andere auch anziehend zu sein. Also nicht durch Kampf gegen etwas, sondern für mein eigenes, dafür zu schauen, wofür bin ich eigentlich hier? Was ist eigentlich der Grund, warum es Jens Lirich auf dieser Welt gibt? Und diese andere Seite, die dich dabei beobachtet, wie du da an dir selber arbeitest, dekodiert sie das? Du sagst, es bleibt ja erst recht ein Spinner, was er da macht. Der ist kein Freund von Impfungen und jetzt macht er noch etwas Spirituelles, das bestätigt seine jahre Nadel an. Das ist ja weit von Wissenschaft weg. Erreichst du dort tatsächlich etwas? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da sind wir wieder bei Lernen durch Schmerz. Ich bin doch selber vor 15 Jahren jemand gewesen, der jemanden, Sonnengespräche über das, was wir gerade sprechen, hätte ich gesagt, die beiden, die haben doch nicht mal alle Latten am Zaun. Was soll das denn? Das ist das denn für ein Quatsch. Natürlich ist alles in Ordnung. Ich meine, ich war so der klassische FDP-Wähler, der irgendwie versucht hat, sein Einkommen möglichst zu schützen und gut zu investieren. Das war meine Welt. Und wenn ich ein Problem hatte, bin ich zum Arzt gegangen und habe Antibiotikum geschluckt bei jeder Erkältung, weil man es mir verschrieben hat, weil ich das nicht in Frage gestellt hatte. Das heißt, bei mir waren die Schicksalsschläge notwendig, um das in Frage zu stellen, um auf diesen Weg zu kommen. Das ist ja auch eine Grundfrage unseres Gespräches hier. Gibt es da eine Abkürzung? Hätte ich durch so ein Gespräch, was wir gerade führen, vor 15 Jahren, möglicherweise den Schicksalsschlag nicht gebraucht, um das, was ich jetzt heute als für mich schön empfinde, nämlich immer mehr in meine, also in meine Authentizität reinzukommen? Ich glaube schon. Du hättest nur den richtigen Menschen treffen müssen. Wenn du einen Mönch getroffen hättest und im Einfluss dieses Mönches meinetwegen ein Vierteljahr an dem Kloster gewesen wärst, glaube ich, dass du das Bewusstsein, wo du heute stehst, schneller erreicht hast, was immer dann schneller bedeutet. Aber du wärst eher dorthin gekommen. Das hätte was mit dir gemacht, weil du es einfach kompakter erfahren hast, wie so ein Crashkurs. Aber vielleicht nochmal zurück zu Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Haben wir mal Verständnis für diejenigen, die sagen, ja, das geht aber jetzt trotzdem nicht mehr, weil wenn jemand in seiner Meinung etwas sagt, was nicht den Fakten, den aktuellen Fakten entspricht, dann ist es ja möglicherweise gefährlich. Kannst du deren Position verstehen? Ich glaube, das Motiv ist sehr individuell und dann kann ich es verstehen in dem Augenblick, wenn jetzt zum Beispiel da jemand sitzt, der für sich das Gefühl hat, gar keine Alternative zum Beispiel zu dem Job zu haben, den er da gerade macht und davon aber Miete, Kinder, wie auch immer, alleinerziehende Mutter, den Monat irgendwie managen zu müssen. Das heißt, es geht gar nicht ums Thema, sondern er kann auch nur den nächsten Monat dort erleben, wenn er genau das, was aufgetragen wurde, durchsetzt. Nochmal, du hast mich gefragt, ob ich das verstehen kann. Ich kann das, ob ich das gut finde, ist was anderes. Aber du verstehst es ja da nicht inhaltlich, sondern hat einen Beruf und den muss er ausführen, sonst ist er ja los. Nein, nein, den muss, Moment mal, den muss er ausführen. Eben deswegen habe ich diese Beschreibung dazu gemacht und gesagt, was ist, wenn es die alleinerziehende Mutter ist? Für die habe ich mehr Verständnis, als wenn es ein 25-Jähriger ist, dem die Welt noch offen steht und der vielleicht für sich feststellt, er muss im Moment nur für sich selbst sorgen und dementsprechend mehr Möglichkeiten hat. Also ich habe mal ein Interview damals geführt, vielleicht ist das eine gute Antwort auf deine Frage mit Thomas Werthold. Und Thomas Werthold war ja einer der Ersten, die auf die Bühne gegangen sind und auch gesagt haben, hier stimmt was nicht. Er war, fand ich damals, mutig. Und das habe ich ihn halt gefragt, in einem kurz nachgefragt damals, ob seine Situation finanziell abgesichert zu sein, damit zusammenhängt, dass er sich das erlauben kann. Und er hat ein klares Ja darauf gegeben. Fand ich mega ehrlich. Er hätte ja auch sagen können, nee, überhaupt nicht. Hätte ich auch gemacht, wenn ich ein armer Schlucker wäre, habe ich gesagt, ja, genau. Das ist der Grund. Weil ich eben finanziell abgesichert bin, kann ich mir das auch erlauben. Deswegen, die Frage kann man nicht einfach so mit Ja oder Nein beantworten. Man kann sie nur beantworten anhand des individuellen Beispiels, dass ich bei dem einen mehr Verständnis aufbringe als beim anderen. Aber auch da würde ich sagen, am Ende muss jeder seinen Weg finden. Und da einen Druck zu erzeugen und Menschen davon zu überzeugen, dass sie mit dem, was sie da tun, falsch liegen, führt wieder genau zum Gegenteil. Also dadurch stoße ich sie eher weg. Hast du Verständnis für, oder was kannst du den Leuten sagen, warum sie über das, was sie hier tun, nämlich wir müssen den Artikel 5 beschneiden, ohne Karlsruhe angefangen, warum sie das vielleicht noch überdenken sollten, warum das möglicherweise gefährlich ist, und zwar für sie selbst am Ende des Tages. Genau, das ist schon die Antwort, weil es für sie selbst, weil es irgendwann für jeden gefährlich wird. Am Anfang sind nicht alle betroffen, am Anfang sind nur wenige Betroffenen. Es werden aber immer mehr, die betroffen sind, weil das System irgendwann dann alle einschließt. Jede abweichende Meinung. Ja. Was ist denn für dich eigentlich Meinungsfreiheit? Was bedeutet das für dich ganz persönlich? Wieso bist du so erpicht darauf, ähnlich wie ich, sagen wir zu, das ist nicht irgendein Gesetz. Das ist ein sehr wichtiges Warum. Hängt dein Leben davon ab, wenn es keine Meinungsfreiheit mehr gibt, würde es sich wesentlich einschränken. Du kannst doch einfach nur die Dinge denken. Du bist doch spirituell. Warum musst du sie auch noch sagen? Das ist eine sehr gute Frage. Weil das bei Kommunikation mit anderen Menschen und das Austauschen und seien meine Ideen auch noch so verrückt, für mich die Grundlage von Leben ist. Siehst du, Jens, und das ist genau der Punkt, warum ich hier bin. Der Mensch ist Kommunikation. Der Mensch kommt auf die Erde. Warum? Weil er hier nicht der einzige Mensch ist. Kommst du mir nur so vor, da hast du gerade das Interview jetzt mit mir geführt. Ja, ja. Das finde ich. Ja. Und das heißt, wenn du nicht mehr kommunizieren darfst, sondern dir überlegen musst, und es geht darum, dass du ehrlich bist. Und wenn du nicht mehr ehrlich bist, sondern nur noch taktisch kommunizierst, also lügst die ganze Zeit, und diese Lüge als dein neues Lebensgefühl etablieren musst, um hier zu überleben, dann ist es ein komisches Leben. Der Mensch ist Kommunikation. Du kannst also nicht sagen, wissen Sie, Sie können das ja noch denken, aber sagen Sie es nicht, weil ich glaube, große Teile dessen, was der Mensch denkt, entsteht im Prozess des Sprechens. Wo fängt das eigentlich an, dass man denkt? Beim Aussprechen? Oder beim Denken? Ja, es gibt auch Leute, die schreiben. Also ist es auch eine Art von Sprache. Wenn jemand, man könnte auch sagen, weißt du, setzt sich auf einen Stein, und das, was es an Erkenntnis gibt, das denkst du einfach die ganze Zeit und sagst es keinem. Ich glaube nicht, dass auf unserem Bewusstseinslevel, dass wir das hinkriegen. Es gibt möglicherweise Menschen, die das können, die in diese Sphären gelangen. Ich persönlich brauche dafür immer noch die Sprache und die Kommunikation mit anderen Menschen. Ist ja auch die Frage, ob das überhaupt erstrebenswert ist, also das nicht kommunizieren zu müssen. Nicht zu Menschen. Ja, weil das ist ja Mensch sein. Ja. Also sonst können wir ja auch auf diese Bewusstseinsebene zurückkehren, von der wir alle kommen. Ich, möglicherweise möchte ich... und kommunizieren, sondern da passiert ja alles geistig. Ja, aber weißt du, das ist, wenn du so... Vielleicht, es gibt Menschen, glaube ich jetzt mal, die sitzen, die haben ein Schweigegelübde und die kommunizieren anders. Möglicherweise mit anderen Menschen, die ähnlich sind, oder aber mit etwas, was über den Menschen ist, sondern mit Bewusstsein. So, also der Mensch über das Menschen... Die verlassen stark den menschlichen Körper und kommunizieren als Bewusstsein mit Bewusstsein. So. Aber ich zum Beispiel bin nicht so weit. Ja? So. Und die Sufi-Kaste drehen sich ja dann gerne im Kreis im Dervische, um in so einen Zustand zu kommen. Da reden die auch nicht. Da machen die eben das. Okay. Aber deswegen nochmal. Für mich ist es so, und ich glaube, es betrifft sehr viele Menschen in unserem System. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir da sind, wo wir sind. Die brauchen noch Menschen, mit denen sie kommunizieren können, um sich Gedanken machen zu können. Und zwar im Austausch. Du brauchst ja den anderen, damit der darauf reagiert. Oder egal wie er reagiert, das führt ja bei dir zu etwas. Wenn Menschen auf die Welt kommen, das hast du ja selbst schon erlebt, das Erste, was sie tun, ist, sie schreien. Das heißt, Hallo, hier bin ich, dass mich auch keiner übersieht. Und dann lächeln sie. Das sind doch großartige Metaphern. Und das ist die erste Kommunikation. Hallo, hier bin ich, da kommt sofort Mutti und da ist ein Lächeln. Das heißt, ohne die Mutter, ohne das würde das Kind, gibt es diese Experimente, gibt es, wenn man dem Kind nur Grundnahrungsmittel gibt, im Mittelalter haben sie gesagt, sterben diese Kinder. Alle sterben. Warum? Weil der Mensch Kommunikation ist. Das ist eine Metapher. Kommunikation. Hier bin ich in den Austausch treten. Erfahrungen machen mit sich und anderen im Austausch. Diese Melange. Und wenn ich das einschränke, dann schränke ich das Menschsein ein. Weil ich schränke ein, dass ich diese Erfahrung machen kann. Ich soll dann nur noch die Erfahrungen machen, die erlaubt sind. Bin ich auf diesen Planeten gekommen, um nur die Erfahrungen zu machen, die erlaubt sind? Die sich eine explizite Regierung ausgedacht hat? Und das müsste meiner Meinung nach und führt bei mir und ich glaube bei vielen Menschen zu einer Abstoßreaktion. Und da stimmt etwas nicht. Da ist etwas nicht richtig. Weil ich habe das Recht, das zu sagen und das zu denken, was ich denke. Weil, und das ist meine These, das, was ich sage und das, was ich denke, da bin ich nur der aussprechende Faktor. Aber ist es wirklich von mir? Und an der Stelle ist es, glaube ich, so wichtig, eben zu sagen, dass man jetzt in den Kommentaren wieder liest, ja, hat er völlig recht, Kayvan, genau, tausend Daumen hoch, tausend Herzchen und darüber hinaus, weil du mich eben gerade gefragt hast, was würde ich mir von der Community oder von den Menschen wünschen, das jetzt auch anzuwenden und nicht dabei zu bleiben, einen Kommentar zu schreiben, sondern das auch wirklich zu integrieren und deswegen eben das Beispiel mit dem Bargeld. Was nützt das alles, wenn am Ende dann doch alle mit Apple Pay zahlen? Dann nützt es nichts, aber das ist eben, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Ich appelliere an diese Behörden, die das machen, für folgenden Leitsatz, und der ist ja nicht von mir, leben und leben lassen. Das Leben existiert nicht als Einzel. Ein Einzeller ist nur deswegen Einzeller, weil um ihn herum sehr viel passiert, wo er Einzeller sein kann. Das ist keine wirkliche Isolation. Aber ein Einzeller, wie jedes Liebewissen, hat natürlich eine Grenze, wo es an- und aufhört. Aber es kann nicht Outer Space leben. Es gehört zu einem Biotop. Und das meine ich. Der Austausch des Biotop, diese Metaphern, die Schöpfung, das sehen wir auch in der Menschlichkeit, im Menschensein selber, in der Kommunikation. Und es gibt kein Lebewesen, was so stark über Kommunikation lebt. Und es gibt zwei große Zentren im Gehirn, die den meisten Platz einnehmen. Das ist das Sprachzentrum und dann das Zentrum für Hand, Handeln. Was sind das für Metaphern? Das, was man sagt, also was einem vorher gedacht, was in einem gedacht wurde, was sich durch Sprache manifestiert, das in die Handlung zu bringen. Wenn ich eins davon beschneide, dann nehme ich den Menschen Handlungsspielraum. Denn was er nicht sagen kann, weil er es nicht denken darf, das kann er auch nicht in die Handlung bringen. Und das zielt aber, zielt das darauf ab? Soll es seinen Handlungsspielraum und seinen Gedanken Freiheit begrenzen? Um ihn vor was zu schützen? Vor was soll das den Menschen schützen? Wenn der Mensch nicht mehr seine Meinung äußern darf, dann schützt du ihn vor sich selbst. Vor seiner eigenen Freiheit schützt du ihn. Aber er ist doch mit der Freiheit ausgeliefert worden. Oder steht das jetzt auch zur Disposition, wie wir geben den Kindern jetzt einen Namen, die sowohl männlich als auch weiblich sein können. Das hat sich noch nicht entschieden. Und da sind wir wieder beim Machbarkeitswahn. Ich glaube, die Freiheit ist uns gegeben. Und die kann uns niemand wegnehmen. Der Mensch versucht es immer wieder über Systeme. Aber die Freiheit ist uns gegeben. Es ist also ein absurder Versuch zu glauben, dass ein Mensch die Freiheit kassieren könnte. Warum immer wieder der Versuch gemacht wird, ich weiß das nicht, weil es scheitert immer. Das ist ja auch das Resümee in diesem Buch von Hannes Hofbauer nach dem Motto, es muss scheitern. Es muss scheitern, weil nach jeder Jahreszeit kommt eine weitere. Also mir reichen eigentlich zwei. Finde ich. Da brauchen wir kein Schnee mehr. Dann sparen wir jetzt ein ganzes Stück viel. Brauchen wir keine Winterreifen mehr herstellen. Es spart auch CO2. Es gibt trotzdem mehrere Jahre, da haben wir keinen Einfluss drauf. Warum glauben Menschen immer noch, dass sie auf die Freiheit Einfluss hätten? Also, der dann dauerhaft so wäre. Und das ist für mich eine Metapher. Du meinst das Unterdrücken der Freiheit. Genau. Wenn die Meinungsfreiheit und damit die Gedankenfreiheit, die über den Körper ausgesprochenen Gedanken, wenn man die decken könnte, dann bedeutet das, es gäbe sie dann oben nicht, weil sie kommen ja von oben wo. Wer denkt sich das aus? Und da fehlt meiner Meinung nach eine spirituelle Grundlage. Wenn die in der MABB und bei diesen Behörden unsere Weltsicht vielleicht sich mal teilen könnten oder über Mitteilung teilen könnten, hör zu, es ist ein sinnloses Unterfangen, dann würden sie das aufgeben. Dann würden sie da akzeptieren müssen, dass Toleranz bedeutet, Dinge zuzulassen, die sie nicht verstehen. Die sind ja trotzdem da. Und wovor haben sie Angst? Dass es Dinge gibt, die sie nicht verstehen, die trotzdem da sind? Man stelle sich vor, die Welt würde sich nur aus Dingen zusammensetzen, die denen bekannt wären. Das wäre dann, es gäbe nur noch ein Spielzeug und das wäre Lego. Lego würde alle anderen Spiele ersetzen. Es gäbe aber noch viele andere bunte Steine, die aber alle Lego wären. Das wäre egal wie toll, das wäre egal wie bunt und so, wäre das am Ende immer nur Lego. Du kannst mit Lego dann eben nur Lego bauen. Und was ist mit dem Sandspiel? Das gibt es dann nicht mehr. Oder im Schlamm spielen oder in anderen Spielen. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Lego. Das ganze Jahr, das kannst du dann erwaschen. Am nächsten Morgen kommt das ganz sauber hin. Und dann kommt da was daraus? Lego. So kommen wir doch nicht auf die Welt. Wir kommen auf die Welt und machen aus allem etwas Kreatives. Kinderspielen mit Kartons. Und das ist mein Appell an alle, die in diesen Behörden versuchen, das Richtige zu tun. Das, was hier passiert, ist das Einschränken der eigenen Welt. Das ist ein von innen gebautes Gefängnis. Und damit beschützt man nur sich vor neuen Erfahrungen. Man verarmt sich. Und ich glaube, appellieren zu müssen, wir sind nicht auf diesen Planeten gekommen, um uns gegenseitig um Erfahrung zu bringen. Wir sind hier, um uns gegenseitig auf Erfahrung aufmerksam zu machen, wo der der Einzelne möglicherweise Angst hat. Aber im Kollektiv muss er das nicht haben. Weil der Mut wird größer, wenn man ihn teilt, aber die Angst wird kleiner. Die Angst wird kleiner. Und das könnte eine Metapher sein. In einer Zeit, wo alle wahnsinnig viel Angst haben und sich wird die Angst größer, wenn jeder sie allein in seinem Homeoffice hat. Gesamtmetapher. Wenn wir aber aufhören würden damit, dann könnten wir vielleicht sagen, wir müssten eigentlich gar keine Angst haben, weil hier geht es darum, wir sollen Angst voreinander haben. Ich will nicht in einer Welt leben, wo die Menschen Angst voreinander haben. Das will ich nicht. Es gibt sicherlich Menschen, wo ich sage, die haben was Bedrohliches, aber deswegen muss ich auch nicht vor dem Menschen per se Angst haben, der möglicherweise morgen um die Ecke kommt. Und das ist etwas, da sind wir natürlich in der Philosophie. Kann Journalismus die Welt tatsächlich sicherer machen und Behörden die Welt sicherer machen, indem sie die immer mehr einschränken? Mach das wirklich sicherer. Und was du gesagt hast, die Frage steht auch im Raum, müssen wir die Situation in der aktuellen globalen Gesellschaft im Westen als Metapher so sehen, wir sind mit einem Kanu so dicht an einen Entwasserfall gekommen, dass es keinen Sinn mehr hat zu paddeln, wir werden einfach runterfallen. Sind wir da? Oder ist es eine Mischung aus beidem? Das kann ich dir nicht beantworten. Spock, du wolltest was sagen eben, oder passt das gar nicht mehr? Doch, passt eigentlich. Nämlich die Frage nach dem Fixpunkt. Und die Antwort darauf ist meiner Ansicht nach Vertrauen. Weil wir ja den Elefant im Raum auch mal ansprechen müssen. Du hast auch eben gesagt, die Regierungen, die solche Gesetze erlassen, aber sind es denn wirklich die Regierungen? Also wer steckt denn noch dahinter? Das hat ja mit Demokratie nichts zu tun, was da steht. Also und von daher auch nicht mit der Regierung, weil es passiert ja global, das haben wir ja gesehen. Das ist ja nicht nur unsere Regierung. Das heißt, dieser Elefant im Raum, der ist da und der ist so groß, dass wir ihn gar nicht sehen. Der ist nämlich direkt vor unserer Nase und ich glaube deswegen auch komplett unsichtbar, also für viele Leute, weil er einfach so groß ist, dass er schon unsichtbar ist. Das sind ja komplett undemokratische Strukturen, mit denen wir es da zu tun haben, dieser Globalismus. Spock, ich gebe dir dahingehend recht, dass wir akzeptiert haben, dass irgendjemand für uns die Verantwortung übernommen hat, weil wir glauben, dass Dinge, kann irgendjemand für mich am Ende des Tages die Verantwortung übernehmen, weil wenn er nur weit genug weg ist? Nein! Kann er nicht, dann müsste ich ja die Verantwortung übernehmen, aber viele fühlen sich allein durch das Wort Verantwortung übernommen. Genau. Die sind schon damit so, aber sie kommen auf die Welt, das ist schon, wenn du auf die Welt kommst, bedeutet das automatisch, dass du Verantwortung hast für das Leben, was du jetzt lebst und je mehr du davon abgibst, desto mehr darfst du nochmal eine Wiederholungsschleife drehen. Du sollst für dein Leben... Solange kommt das immer wieder? Ja! Ja, das ist dir... Wann verstehen wir das endlich, dass die Situation, in der wir uns befinden, uns deswegen so viel Angst macht, möglicherweise, weil wir so wenig Verantwortung übernehmen. Genau. Und wir kommen nur raus, indem wir sagen, wir müssen Angst davor haben, wir müssen aufhören, Angst davor zu haben, Verantwortung zu übernehmen, weil wir denken, wir übernehmen uns damit. Andere übernehmen uns, wenn wir es nicht tun. Und da sind wir wieder bei der Grundangst oder bei der Urangst, du hast es schon angesprochen, die Angst vorm Tod. Das ist für viele Menschen die größte Angst oder das ist die Angst. Wir haben schon darüber gesprochen, und das ist die Angst vor dem ungelebten Leben. Und auch da wäre es so wichtig, glaube ich, das mehr in die Gesellschaft zu integrieren, weil wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, dass das Leben in jeder Sekunde endlich sein kann, dann ist daraus ja die Schlussfolgerung, das Leben zu leben. Und eben nicht, es nicht zu leben, beziehungsweise, also ich habe ein Erlebnis gehabt vor knapp 30 Jahren, Kieler Ostseehalle hieß sie dann noch. Wir hatten eine Stellprobe mit meiner Comedy. Es war so eine große Veranstaltung, sollten irgendwie 5000 Leute kommen. Und dann ist bei der Stellprobe neben mir ein 200 Kilo schwerer Scheinwerfer zu Boden gegangen. Ja, wenn ich auch nur einen Meter weiter links gestanden hätte, würde ich hier heute nicht mit dir sitzen. Das Ding hätte mich in der Mitte durchgeteilt. Jetzt die Frage, ob es Sinn macht, sich das ganze Leben Angst davor zu machen, ob ein Scheinwerfer auf dich drauf fällt. Nein. Und so ist es ja am Ende mit diesen Ängsten. Diese Ängste werden ja gemacht und bewusst auch so gemacht, dass die Menschen darüber nicht mehr nachdenken, dass eben sie nur eine Chance haben, nämlich das Leben nicht in Sicherheit zu leben, sondern in der Fülle unmutig. Da sind wir aber auch wieder bei Sport. Vertrauen. Da sind wir beim Vertrauen. Im Vertrauen. Und ich glaube, dass der Mensch, wenn ein Mensch auf die Welt kommen will, wird er gefragt, bevor man sagt, hör zu, du bist ab morgen für die nächsten 75 Jahre das, dass man ihm das Vertrauen mitgibt. Er kann nicht ohne Vertrauen ausgeliefert werden. Der Vertrauen, dass er von einer auf die andere Sekunde auf Sauerstoffatmung umschaltet, ist ja schon total irre, wenn man sich das vor vorstellt. Geht das auch? Vertrau mir. Das funktioniert. Raus aus der warmen Höhle. Ja, bumm. Ich kann keine Sprache, ich weiß oben und nix. Vertrau mir. Das spielt sich alles selbst auf. Vertrau mir. Das wird alles ganz anders sein. Ja, aber da ist nicht niemand, der das sagt. Vertrau mir. Das ist in dem Menschen drin. Es ist etwas, was er mitnimmt. Das Urvertrauen. Das ist das Vertrauen. Das ist das Urvertrauen. Und es gibt ein Grundsetting, wo das erstmal gedeihen kann. Oder das wäre meiner Meinung nach die Muttersprache, das Vaterland, die Heimat. Etwas, wo wir sagen, ah, da gibt es auch Wiederholungsschleifen, da gibt es Riten, all das, was da mit Jahreszeiten, du wirst da draußen etwas, wirst dich daran erinnern, es gibt Rhythmus, dass du Dinge wiedererkennen kannst. So. Und das ist genau der Punkt. Ich wünsche mir, dass wir zu einer Gesellschaft werden, die einander nicht wieder mehr vertraut, sondern die einander über den Weg traut, die sich etwas traut, die überhaupt herausfindet, was Vertrauen eigentlich ist. Gott vertrauen. Danach kommt wieder was. Und da kommt was Schreckliches. Davor muss ich mich schützen, in dem ich das alles nicht mache. Ich lebe länger durch Unterlassung. Aber wie? Wie lebe ich dann? Und das ist eben, deswegen, da sehe ich auch die Menschen, die jetzt in der MABB sitzen oder bei der ZAK-Behörde, wo die auch immer sitzen hier. Jetzt muss ich nochmal lesen, die haben ja lustige Namen. Das ist ja alles schon KFGS, die dafür dann zuständig sind. Ich habe es extra ausgedruckt, weil ich es mir gar nicht merken kann. Die ZAK ist, was ist das? Das ist die Kommission für Zulassung und Aufsicht. Das klingt wie DDR. Kommission für Zulassung und Aufsicht. Ich werde also beaufsichtigt als Medienbehörde. Von wem? Wer beaufsichtigt? Das ist Staatssicherheit. Was ist das? Das ist das Horch und Guck, haben sie DDR-Böcker, das ja genannt. Ich möchte, ich möchte, dass auch sie erkennen, dass sie ins Vertrauen kommen sollen, dass die, die auf der anderen Seite Presse machen, keine Bedrohung darstellen. Es ist nur Vielfalt, es ist Zweifel und uns darf es auch geben, genau wie es sie auch geben darf. Aber ich versuche nicht, die andere Seite auszulöschen, umzubauen, im Keim zu ersticken, sondern es geht darum, dass wir akzeptieren müssen, dass wir jeden Tag auf Dinge treffen, die wir nicht verstehen, die müssen uns aber keine Angst machen. Und die wir auch nicht ändern können. Und die wir auch nicht ändern können. Und dass Demokratie und Menschsein bedeutet, diese große Vielfalt zu ertragen und zu tragen und sich das da herauszunehmen, was man gebrauchen kann. Und der Rest ist einfach da. Und der bedroht mich aber nicht. Aber ich kann natürlich aus allem Unbekannten eine Bedrohung machen. Weil wer weiß, was da lauert. Das ist keine Chance, das ist eine große Gefahr. Wer weiß, was da lauert. Und das ist die Frage, die ich mir jeden Tag immer wieder ins... Wenn man sich überlegt, was alles passieren kann, allein im Straßenverkehr, passiert erstaunlich wenig. Genau. Also Negatives. Aber das ist dieses Überlegen, was passieren kann, das führt genau zu dem Nichtleben. Wenn ich mir die ganze Zeit überlege, was alles passieren könnte. Könnte, wie schrecklich das sein. Dann gehe ich gar nicht aus dem Haus. Dann kann ich auch gar nicht in den Park gehen zum Picknick, weil ich weiß, was da passieren könnte. Und das ist mein Appell an all diese Menschen, die diese Sicherheit wollen. Das sind wir bei Franklin. Wer die Freiheit aufgibt und mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Was bedeutet zulassen und akzeptieren und sich darüber freuen, dass es Gott sei Dank so ist, dass es Vielfalt gibt. Das ist Freiheit. Mehr Freiheit bedeutet weniger Unfreiheit. Weniger Angst bedeutet mehr Mut zum Leben. Mehr Ja zum Leben bedeutet weniger Nein. Und nicht sagen, wir müssen das aber richtig gewichten, wir müssen das nachjustieren. Das ist schon alles wirklich in Ordnung so justiert und geh raus in die Natur und überleg dir mal, wie viele Pflanzen es gibt, von denen du dich vergiften könntest. Wie oft du, wenn du durch den Wald gehst, über eine Wurzel stolpern und tödlich umfallen. Aber wie oft passiert das? Also ein größeres Ja, wie das Leben an sich an Möglichkeiten bietet, gibt es doch eigentlich gar nicht. Und seinen eigenen Standpunkt mal dahingehend zu hinterfragen, diese Welt, die hier gezimmert wird, die undemokratisch ist und die meiner Meinung nach, da hast du Rechtsbock, natürlich global organisiert wird und die meinen sicherlich, sie wollen etwas Gutes, das sage ich jetzt mal, unterstelle ich jetzt mal, es sei denn, der Teufel persönlich ist da am Draht. Wohin führt uns das? Kann der Mensch einen Teil der Schöpfung, also sich selbst, innerhalb der Schöpfung verbessern, indem er ihn sicherer macht? Wenn der Mensch die Möglichkeit hätte, würde er den Winter nicht abschaffen, der ist doch viel zu gefährlich. Wo kämen wir dahin? Würde er dich giftige Pflanzen verbieten oder Insekten, von denen man einen Ausschlag bekommen kann? Würde er Erfahrungen verbieten, wo Menschen möglicherweise danach ganz komisch werden? Was wäre noch erlaubt? Wenn der Mensch Gott spielen könnte und einfach mal alles, was gefährlich werden könnte, abschafft. Was wäre noch da? Wie würde ein solches Leben aussehen, wenn der Mensch die Kontrolle über alles hätte? Das ist doch eine total sinnlose Frage eigentlich, oder? Die Frage ist sinnlos, weil du damit nicht zurechtkommst. Du scheiterst daran. Aber ich finde, die Frage macht sehr gut klar, worum es geht. Das kannst du nicht. Egal wie du dich entscheidest, du würdest so viel Schaden anrichten, Finger weg. Und das funktioniert auch nicht, weil so sind wir nicht gezimmert. Das ist Größenwahn. Das ist dieses Bedürfnis, überall eingreifen zu müssen. Wir müssen jetzt das Klima retten. Der Planet ist irgendwie Milliarden Jahre ausgekommen, ohne dass jemand gekommen ist, oh, ich muss dich retten. Und das geht vom ganz Großen ins ganz Kleine. Ich muss dich von der falschen Meinung retten. Steuerswahn. Das ist alles Größenwahn und der wird auf Dauer nicht funktionieren. Vielleicht kommen wir jetzt noch mal in so eine Diktaturzeit rein und vielleicht dauert die 10 Jahre oder 50 oder 300, aber das ist trotzdem Größenwahn und auf Dauer wird es nicht funktionieren. Also dieser Steuerungswahn, der wird aussterben. Das geht gar nicht anders. Und da an der Stelle denke ich, können wir ins Vertrauen kommen. Also weil es ja nicht um uns geht. Es geht auch nicht um unser Einzelschicksal oder wir müssen das für unsere Kinder retten oder für unsere Enkelkinder. Das kann man zwar denken und das ist auch nicht schlecht, aber es ist letztlich überflüssig. Weil das nimmt der Planet so oder so in die Hand. Und da, finde ich, ist dieser Fixpunkt des Vertrauens. Da können wir immer drauf zurückfallen. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe genau, was du meinst. So wichtig ist der Einzelne nicht. Am Ende lässt sich die Freiheit nicht verhindern. Nimm das Leben nicht so ernst. Da gibt es, glaube ich, viele. Und vor allen Dingen, nimm dich selber nicht so ernst. Ich tue das nicht, das weißt du ja. Ich liebe es zu lachen und auch über mich selbst zu lachen. Und wir lachen über uns. Und ich glaube, so schätze ich dich auch ein, dass du gut über dich lachen kannst. Das tue ich auf jeden Fall. Das darf man ja auch. Ich glaube, dass wenn wir in eine neue Bewusstseinsebene kommen wollen, dass es nicht schaden kann als eine Aufgabe, die Seite, die am weitesten von uns entfernt ist, weil sie Angst hat, ins Boot zu holen und sagen, hey, ich verstehe deinen Standpunkt. Aber es ist nur einer. Vertraue, dass es noch andere gibt. Und du bist ja der Beweis dafür, weil du willst ja den anderen abschaffen. Aber neben mir gibt es noch 100 Millionen andere Standpunkte. Vertraue, dass es immer andere Standpunkte geben muss, damit es dich geben kann. Sonst unterscheidest du dich ja gar nicht mehr. Das, was du vorhast, indem du die Meinung einschränkst, am Ende gibt es nur noch eine, dann ist es keine Meinung mehr oder keine Fakten mehr. Das ist dann irgendwas. Es gibt gar keine Position mehr, von der man aus das wissenschaftlich begutachten könnte, weil es muss irgendeine Insel geben, von der man darauf gucken kann. Es gibt keine Perspektive mehr. Du musst ja auf irgendwas gucken können. Wenn es keinen Gucker mehr gibt, verschwindet das. Und das ist vielleicht etwas, wo man sagen kann, vielleicht ist das der Sinn dieser ganzen Maßnahmen, dass wir diejenigen versuchen, ins Boot zu holen, mit denen wir auf gar keinen Fall in dem Boot sitzen wollen. Ganz sicher. Da sind wir sogar bei bedingungsloser Liebe. Ich habe nichts persönlich gegen diese Menschen. Nein, es geht um bedingungsloser Liebe, meine ich einfach grundsätzlich, jeden Menschen erstmal zu lieben, weil er da ist. Genau. Es könnte ja sogar sein, dass er recht hat. Klar. Hier behauptet ja auch niemand, also auch das sagen wir immer wieder, dass wir recht haben. Es ist ja immer nur ein Angebot, um sich aus dem eine eigene Meinung bilden zu können. Das hast du ja auch zehn Jahre lang bei... Versucht auszuführen. Kennen wir vor allem auszuführen, ja. Gibt es Dinge, die du bereut hast in deinem Leben? Die Frage ist so allgemein gestellt. Ja, es gibt natürlich Dinge, die ich bereut habe, aber ich habe mir die Frage gestellt, warum ich sie doch damals getan habe, weil ich wollte die Erfahrung machen, welche Konsequenzen... Ohne das... Aber ich... Um diese Konsequenzen spüren zu können, um heute zu wissen, dass ich das so nicht mehr machen würde, musste ich das machen. Hätte ich das nicht gleich überspringen können, dann hätte ich es getan. Ja, aber das meine ich ja. Das ist ja immer wieder auch der rote Faden teilweise dieses Gesprächs. Kann man das umgehen? Hätte man das umgehen können? Ich hätte es damals nicht umgehen können. Genau. Das hat mein Profil geschärft. Die Frage ist nur, welches Profil wird hier geschärft? Unser aller? Möglich. Vielleicht werden unsere Sinne geschärft. Aber ich glaube, dass wir mithelfen können, wo wir dann herauskommen, welche Ausfahrt wir nehmen. Ja. Weil das ist eine Frage, die ich hier an dich habe. Warum machst du überhaupt noch diesen Beruf, der im weitesten Sinne ist, Menschen zu Wort kommen zu lassen? Es muss ja gar kein Journalismus sein. Menschen zu Wort... Du glaubst doch an irgendetwas, warum du einen Peter Hane einlädst, der hier unfassbare Dinge sagt. Ja. Und was sich gut erfüllt, weil der denkt so etwas Ähnliches wie ich, sage ich jetzt mal. Also wie du und ich. Genau so ist es. Warum machst du das noch, wenn du doch eh nichts abkürzen kannst und eh nichts verändern kannst und jeder das in sich abkürzt? Warum machst du das dann noch? Du wirst lachen. Die Frage stelle ich mir immer wieder zwischendurch. Und es gibt immer wieder diese Momente, wo ich mir genau die Frage stelle, warum mache ich das eigentlich noch? Warum sage ich nicht einfach, es ist doch alles gesagt. Jeder, der sich informieren will, kann sich informieren. Aber jetzt habe ich, es ist zwar alles gesagt, aber nicht, es gibt einen Superspruch, wenn alles gesagt ist, fangen die Gespräche an. Das stimmt. Und ich glaube, das habe ich bei Hahn auch gemerkt, ich merke es ja auch, wenn wir reden, dass, es ist alles gesagt, aber nicht alles gefühlt. Genau. Also diese ins Gefühl kommen, merken, dass das Leben besteht und Kommunikation besteht mehr aus reiner Sprache, als die reine Sprache, da fängt das miteinander in derselben Zeit, etwas zu denken, zu fühlen, was auch immer, da fängt das an. Deswegen, deswegen mache ich das heute. Es geht mir um Begegnung. Das ist schön formuliert, ja. Das ist, genau, das ist der Grund. Menschliche Begegnung. Genau. Weil ich mich schon, ich persönlich, immer für Menschen interessiert habe. Immer schon. Ich finde Menschen einfach spannend. Ich habe mir ganz oft überlegt, so, weil ich in meinen Innenstädten da unterwegs war, während ich auf Tournee war, was passiert jetzt wohl, wenn ich mit dem einen oder anderen mitgehen würde? Wo geht der hin? Wo wohnt der? Wie lebt der? Was hat der für Verhältnisse? Also, fand ich immer irre spannend. Ich glaube auch, dass der Mensch ja, wenn er auf die Welt kommt, sofort erlebt, dass es einen Menschen gibt, der sich automatisch für ihn interessiert. Das ist ja kein Deal. In der Regel ist es so, dass die Mutter sich automatisch für dich interessiert. Vielleicht ist das, warum wir uns für Menschen interessieren, weil sie sich für uns interessiert wurde. Und wenn sie sich für uns aber nicht genug interessiert wurde, dann könnte es sein, dass wir ein System basteln wollen, wo wir uns umeinander kümmern müssen. Und das wird dann zu unserem riesigen Elefanten. Vielleicht sind diejenigen, die sich das alles ausdecken, vernachlässigte Kinder. Mangel an Liebe. Möglich. Nein, das ist nicht nur möglich, das ist sicherlich eine sehr gute Erklärung. Da müsste man jetzt Hans-Joachim Matz wieder ins Boot holen, aber das klingt auf jeden Fall erst mal plausibel. Weil Liebe ist also Menschen, die keine Liebe bekommen, schwierig auf Dauer. Wollen alle dann Zwangs in den Arm nehmen. Wobei Liebe bekommen, beziehungsweise die gelernt haben, auch sich selbst zu lieben. Also auch dieser Punkt ist ja ganz, ganz wichtig zu erkennen, weil Selbstliebe wird ja auch in unserer Gesellschaft immer so, der ist arrogant oder überheblich oder wie es Box eben gesagt hat, Größenwahnsinnig ist es ja gar nicht. Selbstliebe ist ja eigentlich so eine, also was sehr, sehr Wertvolles, wenn du dahin kommst, dass du so wie du bist, dir selbst genügst. Wie beurteilst du dann diejenigen, die in den letzten Jahren in Spitzenpositionen versucht haben, auf uns aufzupassen? Das ist doch auch eine Form von Liebe. Damit uns nichts Schlimmes zustößt. Was die Mapp hier möchte, ist, die möchte uns doch auch vor schlimmen Meinungsäußerungen schützen, die uns möglicherweise krank machen, weil das falsche Tatsachen sind. Ja, ich glaube, das kann man nicht mit dem, wenn du sagst, also mit denen, die uns da, also die in den politischen Führungspositionen sind, dass das eher tatsächlich auch ein Ego-Ding ist und dass das wieder auch Spocks Größenwahn ist. Auf alle aufpassen zu wollen und es für alle gut zu meinen. Und was soll das kompensieren? Ja. Jemand wie Bill Gates könnte sich ja zur Ruhe setzen. Ja, aber das zeigt ja auch wunderbar, dass das eben nicht nur Geld ist. Eben. Aber was soll das kompensieren? Vielleicht Liebe. Ja, glaubst du, also ehrliche Liebe, bedingungslose Liebe, echte Liebe, nicht gekaufte Liebe durch irgendwas. Siehst du bei denen, die sich in Davos regelmäßig treffen, sind ja in der Regel sehr viele alte Männer. Siehst du da einen großen gemeinsamen Nenner, einen gemeinsamen Antrieb, warum sie das wirklich tun? Also es gibt ja den schönen und den wahren Grund. Was ist deiner Meinung nach der wahre Grund? Spekulation, aber... Anerkennung. Anerkennung, diese Position inne zu haben und da von anderen dafür bewundert zu werden. Warum kaufen sich Menschen irgendwie zehn verschiedene Autos, Maserati, Ferrari, was auch immer und was bringt ihnen das? Also wenn niemand hingeht und sagt, du hast aber ein cooles Auto. Aber diese Anerkennung, die da durch Leute gebracht werden soll, erzeugt werden soll, die sie nicht kennen, meint das möglicherweise die Anerkennung, die die Eltern nie gegeben haben? Das ist ja mein Verdacht. Ja. Mein Verdacht ist das. Papi, Mutti, sieh mal. Das ist aus mir geworden. Alle lieben mich. Du hast es nie genügend getan. Habe ich so empfunden. War doch in der Schule auch schon so. Es muss immer irgendjemand da sein, der hinguckt, dem man was zeigen kann. Das ist entweder der Nachbar über dem Gartenzaun, dass man den größeren Grill hat oder das größere Auto. Und bei Bill Gates ist es dann eben Jeff Bezos, der der Nachbar ist sozusagen. Und Elon Musk oder die ganzen anderen. Da bist du es nicht mit deinem Auto nebenan über den Gartenzaun, dann ist es der mit der größeren Rakete. Der auf der Forbes-Liste vor dir gerade platziert ist. Ja, genau. Und das haben ja auch schon mal welche gesagt, dass sie das irgendwie nicht so richtig gut abkönnen, wenn da jemand vor ist. Interessant finde ich nur, dass die Leute, die richtig vorne sind, sind ja auf der Liste gar nicht drauf. Richtig. Wer richtig macht, hat ja die Möglichkeit, gar nicht auf der Liste zu erscheinen. Die Liste ist ja im Grunde nichts anderes als eine Ziehscheibe, wenn das System kippt. Das darf man nie vergessen. Das ist gar nicht so gut, auf der Liste zu sein. Was verstehst denn du tatsächlich unter Vertrauen? Und ist es dir schon mal abhandengekommen? Du machst ja immer so einen selbstsicheren Eindruck. Ja klar, ist mir das schon abhandengekommen. Und wie hast du es denn dann wiedergefunden? Jetzt müsste ich dir nochmal meine ganzen Methoden aufzählen, die ich eben schon aufgezählt habe. Mein Vertrauen finde ich meistens wieder, indem ich mich mit Menschen verbinde, mit denen ich offen reden kann. Und sind es in den letzten Jahren mehr geworden, neue geworden oder eigentlich einige wenige, die du schon früher kanntest? Nein, gar nicht. Komplett nahezu ausgetauscht. Also denen, die du früher vertraut hast, die sind abhandengekommen, mit denen hast du nicht mehr so viel zu tun, kann ja wieder werden. Und hast neue Leute kennengelernt, zu denen du eher vertrauen hast, weil die es halt euch begegnen und da hast du plötzlich gemerkt, okay, da ist man sich näher. Ja, näher. Ich glaube, wir leben in einer anderen Zeitqualität. Und in dieser Zeitqualität, in der wir leben, geht es eben nicht mehr so ums Ego, sondern um Verletzlichkeit. Und ich schätze einfach Menschen und ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt in diesen vergangenen Jahren, die bereit sind, sich verletzlich zu zeigen. Die auf meiner Frage, wie geht es dir, nicht sagen, alles gut, sondern die sagen, du, mir geht es gerade wirklich richtig beschissen. Und ich versuche das mittlerweile auch. Das ist, wie du schon sagst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich bin da anders groß geworden und bin eher so der Grinsekater, der immer gesagt hat, ja, alles gut bei mir, alles super. Das ist bei mir erst ein blinder Fleck, bis ich dann merke, okay, ich mache das ja selbst nach wie vor immer noch so und fange dann aber bewusst an, da sind wir wieder beim Bewusstsein, das zu verändern und Menschen dann eben auch zu sagen, wie es mir geht und ihnen ehrlich zu antworten und nicht mehr nur, um das Gespräch, sage ich mal, auf einem oberflächlichen Level zu halten, so wie früher oder es am Laufen zu halten aus Höflichkeit, eben nicht wirklich mein Innerstes nach außen zu kehren und das ist eine Qualität, die habe ich extrem häufig erlebt in diesen vergangenen Jahren mit Menschen, die ich zum ersten Mal teilweise kennengelernt habe, wo plötzlich Gespräche möglich waren, die waren mit Menschen nicht möglich, die ich 20 Jahre kannte. Man stellt ja gerne in solchen Gesprächsrunden die Frage, wo steht Deutschland oder die Welt in fünf Jahren? Stell dich mal nicht die Frage, aber wo stehst du in fünf Jahren? Jetzt könnte ich dir mit dem Buch von Eckhart Tolle antworten und sagen, es gibt nur das jetzt. Nein, das ist natürlich Quatsch, wo stehe ich in fünf Jahren? Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich habe, also meine Vision und das ist eine Erkenntnis, die ich aus der Arbeit jetzt die vergangenen Jahre, aus den alternativen Medien für mich entwickelt habe, dass ich nicht nur informieren möchte, sondern dass ich auch gerne dazu beitragen möchte, Menschen ins Handeln zu bringen und sie dahin zu bringen, bei sich selber zu schauen und bei sich selber anzufangen und raus aus diesem, was mal Volker Pisper so schön gesagt hat, der Feind, wie war ich jetzt? Wenn der Tag, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Strukturschuldigung. Das, davon halt wegzugehen und zu sagen, was ist denn eigentlich mein eigener Feind, den ich in mir habe und damit zu arbeiten und das darüber festzustellen, wie viel Power du eigentlich hast und was du alles schaffen kannst. Jetzt hat man natürlich das Problem, wenn man eine öffentliche Person ist, dass es einem insofern etwas schwierig gemacht wird, weil man immer wieder von, wenn man mit sich sich selbst beschäftigt, von außen oft Bestätigung bekommt. Es ist ja tatsächlich so, du wirst ja mehr für das, was du gelobt, als attackiert. Das wird dir auch nicht so oft passieren. Ich kann mal sagen, 1 zu 99, so ist es bei mir auch so. Aber das heißt, es lenkt einen immer wieder ins Außen. Wie gehst du damit um? Dass oft dein inneres gestört wird durch verschweteten Applaus. Wie geh ich damit um? Du musst dich ja in die Wälder zurückziehen, damit du sicher bist, dass sich kein Mensch erkennt, der dich dann wieder auf die Gegenwart bringt. Ich habe ihren Beitrag gesehen, dann bist du schon wieder in der Gegenwart. Im Außen bist du ja dann. Ich bin nur dann im Außen, wenn ich mich in dem Augenblick nicht auf den anderen einlasse. Und es kommt natürlich darauf an, bei mir ist das noch nicht so extrem, ehrlich gesagt. Ich werde sicherlich in letzter Zeit häufiger mal auch unterwegs erkannt und bin dann immer wieder ganz erstaunt, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, ey, hier, Jens von Fairtalk, cool, gucke ich immer und danke, dass ihr das macht und diese netten Komplimente, die man dann bekommt. Ich habe dann meist von Anfang an mit diesen Menschen und so ist das auch bei Fairtalk, also wenn Publikum kommt, dass ich mir die Zeit nehme, um auf Augenhöhe, im wahrsten Sinne des Wortes, zu sprechen und mir die Dinge anzuhören und von daher ist das gar nicht so empfunden. Weißt du, ich bin ja, ich bin ja durch meine Comedy, die ich viele Jahrzehnte gemacht habe. Öffentliche Personen gewohnt. Ja, und auf großen Bühnen gestanden. Und ich kenne das ja, dass ich nach einem Auftritt, wenn tausend Leute da waren, am Ende noch eine halbe Stunde lang Autogramme geschrieben habe und Selfies und hier noch so. Aber das, was jetzt stattfindet, ist viel, viel mehr, wie soll ich sagen, aus dem Herzen heraus. Stimmt, aber ich glaube, damals war es ja so, die Leute sind gekommen, weil sie Fans waren und haben ihr Programm gesehen und da gab es auch Gespräche, aber du warst trotzdem ein Idol und heute bist du dann auch ein Idol. Unterscheiden sich die Gespräche und wie Leute an dich herantreten? Ja, total. Die Gespräche unterscheiden sich, die Menschen, die an mich herantreten, sind auch von Anfang an, das habe ich eben versucht zu beschreiben mit diesem Verletzig. Also viel, viel offener, viel ehrlicher. Gibt es denn Menschen, die dich vorher gesehen haben als Komödianten auf der Bühne, die jetzt sagen, ich finde es eine interessante Entwicklung, die sie gemacht haben. Ich habe früher auch, wollte einfach nur lachen, heute finde ich eher nachdenklich nach Hause gehen. Ja, gibt es auch. Also es gibt Leute, die das früher gesehen haben und die heute hingehen und sagen, toll. Ja. Gibt es auch, wenn ich sage, also ich fand das ja immer so witzig, was sie gemacht haben. Heute, das kann man sich nicht mal angucken. Gibt es das auch? Also die gibt es wahrscheinlich auch, aber die zeigen sich dann nicht oder die denken sich nur ihren Teil. Also das ist mir ehrlich gesagt jetzt in all den Jahren noch nicht ein einziges Mal passiert. Was ich nur feststelle, ist, dass dieses aus dem Verstand ins Herz, also meine Entwicklung vom wirklichen Verstandesmensch zu einem Menschen, der mehr das Herz auf der Zunge trägt und sich offen und ehrlich und verletzlich auch zeigt, dazu führt, dass ich auch solche Menschen anziehe. Also da sind wir wieder bei der eigenen Schöpferkraft, die jeder von uns hat. Nein, das ist der, was du rausrufst, diese Art von Echo kommt da zurück. Genau. Ja. Also ich gebe was raus und darauf kommt das zurück. Und deswegen kann ich nur sagen, ich fühle mich auch gar nicht mehr in so einer Position von, ich bin jetzt der, der groß in der Öffentlichkeit steht, das war vorher anders. Es fühlt sich komplett anders an. Eigentlich hast du diese Bühne, ich präsentiere etwas verlassen und bist auf einer Bühne, wo du bist. Das ist gar keine Bühne. Genau. Das ist ein, mir macht das Freude, ich mache das gerne, ich finde das auch spannend, dass wir da jetzt Publikum bei Fairtalk haben und ich mag es auch vorher mit den Menschen, also einfach ein paar Scherzchen zu machen und zu kommunizieren auf diese Art und Weise. Das gefällt mir, das finde ich gut. Aber früher habe ich das gebraucht, also auch diese Aufmerksamkeit. Und heute empfinde ich es als sehr angenehm, aber ich meine, Spock, da haben wir ja auch schon so oft drüber gesprochen, dass es auch von Anfang an so war, auch bei Fairtalk, dass ich immer gesagt habe, ich mache das so lange, solange ich das Gefühl habe, das soll so sein. Wenn morgen die Produktion sagt, keine Ahnung, wir möchten gerne jemand anders da sitzen haben oder wir möchten gerne da eine Frau hinsetzen oder wir wollen das Format komplett verändern, könnte ich sagen, vielen, vielen Dank. Es hat mich echt, also danke, dass das möglich war, aber mir wird es nicht fehlen. Gibt es etwas, was dich und Menschen, die für solche Behörden arbeiten, vielleicht verbindet? Also ist es zum Beispiel Ehrgeiz? Also mich jetzt? Ja, bist du ein Ehrgeiz? Ich erlebe überall bei Behörden, die Dinge verfolgen müssen, weil das auch einen persönlichen Ehrgeiz, das richtig zu machen, zu glänzen, Punkt, das haben sie ja toll gemacht. Gibt es bei dir auch etwas, wo du sagst, du hast einen großen, gibt es einen großen Ehrgeiz, dass die Sendung besser sein muss, als die letzte, dass du auch auf die Zahlen guckst, sagst, hoch, gibt es das? Oder bist du vollkommen abgekoppelt davon? Nee, bin ich nicht. Ich bin nicht vollkommen abgekoppelt davon. Aber ich bin auch nicht, dass ich, also jetzt, es wegen der Zahlen mache. Ich freue mich darüber, wenn eine Sendung ein paar hunderttausend Klicks hat und wenn eine gute Sendung 40.000 Klicks hat, sind es 40.000. Ich habe mal Peter Frey, sagt er dir was? Ja. Mit Peter Frey zusammengesessen hier, da, wo wir auch heute sitzen. Und Peter Frey, der hat ja den Blog, ich weiß gar nicht, wie heißt der noch? Weißt du das, Spock? Aus dem Kopf nicht. Der Blog von Peter Frey. Das ist ein Fantasiename. Ja. Auf jeden Fall habe ich Peter damals gefragt, habe gesagt, wie viele Follower er hat. Und er hat zu mir, er hat mich so ganz ernst angeschaut und hat gesagt, weißt du was, Jens, ganz ehrlich, wenn ich auch nur einen mit dem berühre, was ich schreibe jeden Tag, dann hat es sich für mich gelohnt. Habe ich so gedacht, wow, das fühlt sich total richtig an. Und an dem Punkt war ich damals noch gar nicht. Also da war schon so voll dieses höher, weiter, schneller. Ich habe nur für mich, wenn ich das jetzt so mit dir im Gespräch Revue passieren lasse, je weniger Druck ich da draufgebe auf dieses, es muss aber so erfolgreich sein, umso mehr Leute abonnieren es interessanterweise und schalten es ein. Also ich kenne es ja von Sophisticated, was es seit ein paar Tagen gibt. Und da kriege ich auf einmal auch Post von Leuten, die gesagt haben, ich kenne dich noch von Radio 4U. Ja. Sagtest du dir noch was? Die erste Station vom SFB nach Mauerfall? Ja, das war ja hier in dem Buch auch beschrieben. Genau. Da habe ich vor ein paar Tagen jemanden bekommen, der sich intensiv mit einem Kollegen beschäftigt hat, Barry Graves. Ich weiß nicht, ob man den hier noch kennt, also eine Legende. Und macht über den irgendetwas und wollte mich fragen. Ich habe Antwort auch darauf, wie ich den damals erlebt habe, wo ich denke, wie lange ich den Namen nicht mehr gehört habe. Ey, so weit liegt es zurück. Leute, die dich über eine solche lange Distanz verfolgen und auch deine Entwicklung. Das kommt mir ein bisschen so vor, wenn man sich die, das kann man oft bei Schauspinner dann eben sehen, wenn man sich mal anguckt, welche Entwicklung ein Bruce Willis genommen hat. Ja, oder auch einen hier, der jetzt gerade wieder Mission Impossible dreht. Wenn man sich das anguckt, vor Top Gun noch, was der alles gemacht hat. Wenn man auch sieht, wie der, mit welchen Facetten der arbeitet. Collateral, sagen wir es mal. Tom Cruise. Ja. Ja, und was er alles, also auch wie er Stunts macht. Einfach nur, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, aber einfach nur sieht, wie wir gemeinsam älter geworden sind. Das kann man da auch sehen. Und der Kuch, das sind die ganzen Jahre. Das ist das, wo ich mir immer denke, wann war denn das? Ja. 91. Hallo? Ja. Wie lange ist das denn her? Das ist nicht neulich. Das ist weit von neulich entfernt. Aber du hast mich eben nach Ehrgeiz gefragt. Ich bin nur insofern ehrgeizig, als dass ich halt jemand bin, der gerne neue Ideen ausprobiert, entwickelt und macht. Und dann entwickle ich auch über Nacht wirklich so einen Ehrgeiz von, ich muss damit jetzt durchstarten. Also das ist ein Ehrgeiz, den ich habe, Dinge auszuprobieren, Projekte an den Start zu bringen, mich auszuprobieren, das Leben auszuprobieren. Ja, ich lerne das immer besser, dass wenn ich nichts tue, dass es immer noch ganz schön viel ist. Ich habe immer das Gefühl, also ich bin ja so ein Akkordmensch immer gewesen. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja einen Output geliefert, der ist ja... Ja, und wenn ich... Also es waren mindestens zwei Interviews pro Woche, aber 90 Minuten, mit ganzen Büchern und Quellen gelesen, wer weiß, wie ich mich vorbereite, das ist ja eine Studienarbeit immer gewesen. So, und wenn ich dann sage, okay, ich habe ja heute jeden Tag irgendein Online-Meeting und strategische Beratung, das ist ganz schön viel, aber am Ende gibt es keinen Beitrag dazu, wo du nachdenken musst. Laute Dinge, strategische Planung, technische Planung, Formatentwicklung, all diese Dinge, Campus, eigene Homepage, wo ich denke, ich wollte doch eigentlich weniger arbeiten, aber man sieht es weniger. Und wenn ich dann tatsächlich mal weniger arbeite, ich habe gestern und vorgestern nur sechs Stunden gearbeitet. Das zerrinnt einem ja so, sich den Fingern, weil man Telefonkonferenzen und sowas alles hat und strategische Beratung und solche Dinge, dann habe ich das Gefühl, ich habe nichts gearbeitet. Ich mache nichts und ich muss einfach lernen, das fällt mir nur, mal wirklich nichts zu tun, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Kenne ich zu gut. Also das ist auch, ich glaube, wenn du in diesem ganzen Medienkarussell so viele Jahrzehnte mitgemacht hast und einfach auch mit KenFM dann ja nochmal für dich selber auch einen draufgesetzt hast und diesen Output, von dem du ja selber eben gerade auch gesagt hast, der ja unfassbar war, wie Peter Hannes sagen würde, dann plötzlich in dem Nichtstun eine Sinnhaftigkeit zu entdecken und sogar eine Befreiung, das ist ja auch nahezu gar nicht möglich. Also ich glaube, das braucht einfach eine Zeit. Also ich kann das, also ich merke das zum Beispiel, wenn jetzt Urlaub ist, jetzt ist gerade Urlaub, Sommerferien, keine Ahnung, jetzt sind mal zwei Wochen, gar nichts. Ich muss das so langsam einschleichen, dieses gar nichts. Ja, ich kam mir manchmal vor, wie Nummer 5 lebt, dieser Film mit diesem kleinen Roboter, der mehr Input wollte. Und das war auch ein Korsett natürlich, ist klar. Weil wer sich so stark im Außen beschäftigt, der muss sich mit seinem Innen nicht beschäftigen. Genau. Das ist ja auch ein Grund. Ja, natürlich. Und das ist auch ein Grund, also das weiß ich auch, da sind wir auch wieder beim Bewusstsein, dass natürlich das im Außen, also das sich mit dem Außen beschäftigen, eine Ablenkung des Innen ist. Aber auch das funktioniert ja nicht, also es funktioniert halt nichts in Extremen. Also ich musste halt lernen, das alles in kleinen Schritten zu integrieren. Immer so einen kleinen Schritt mehr, immer so einen kleinen, das ist so wie, du fängst ja auch nicht an, gleich einen Marathon zu laufen, sondern du fängst halt erst mal an, am Anfang habe ich es geschafft, hier um die Alster zu gehen und nach einer halben Runde habe ich mir so einen Leimroller besorgt und war durchgeschwitzt, bis aufs Hemd. Mir lief der Schweiß nur so runter und alle hätten gedacht, da ist ein Marathon gelaufen. Nein, ich bin nur spazieren gegangen, dreieinhalb Kilometer und die anderen dreieinhalb Kilometer, da musste ich mir diesen Roller besorgen. So und jetzt sieht es schon ganz anders aus, ja, aber ich bin immer jetzt noch kein schneller Läufer wirklich, sondern ich walke eher schnell, aber ich habe mir das halt so über die Zeit, das ist so knapp gutes Jahr, langsam draufgebracht, das auch in mein Leben zu integrieren. Und so ist es auch mit dem Nichtstun, nicht dieses von jetzt auf gleich, außer natürlich, keine Ahnung, du hast einen Burnout und es geht nicht mehr, das ist dann was anderes. Aber wenn du das selber entscheidest, weniger zu machen, funktioniert es glaube ich auch nicht über dieses von jetzt auf gleich alles bleiben zu lassen. Ich habe ja auch eine ganz kurze Fitnessgeschichte, ich habe irgendwann gedacht, ich müsste mir Sport machen, weil ich immer noch am Schreibtisch saß und wie habe ich es gemacht? Ich habe mich mit einem Freund in ein Fitnessstudio eingeschrieben und bin dann jede Woche zweimal Halbmarathon gelaufen. Jede Woche auf dem Laufwand. So, das ging aber irgendwann nicht mehr, da sind dann mit Leuten an mich ran, sagen wir mal, während Sie am Laufwand mit mir über die NATO reden, da hat es halt keinen Sinn gehabt. Und dann habe ich da wieder aufgehört. Aber ein halbes Jahr, ein halbes Jahr, zweimal die Woche in Halbmarathon, morgens zum Ein-Tunen und dann immer noch hier ganz ruhig, ich habe das gesehen und gesagt, ja, dann habe ich da wieder aufgehört. Das geht auch nicht. Ja, deswegen, es ist, okay, wie auch immer, am Ende ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, mal bei sich selbst zu schauen, was tut mir eigentlich wirklich gut. Und damit meine ich nicht, Chips essen, Bier trinken und, keine Ahnung, bei McDonald's vorbeifahren. Das ist nicht, was ich mit gut meine, sondern mit gut wirklich was, was gibt mir Kraft, was gibt mir wirklich Kraft am Ende. Soll ich mich dann überhaupt noch über solche Maßnahmen, wie sie von solchen Behörden an uns herangetragen werden, das war der Anfang des Gesprächs, nämlich Apollot, lassen Sie es, solche Autoren zu Wort kommen zu lassen, sonst mahnen wir sie ab, immer häufiger, bis wir sie pleite machen und glauben Sie, mit den anderen Medien machen wir das ganz genauso. Soll ich mich darüber noch empören oder einfach laufen lassen? Einfach laufen lassen geht ja nicht. Also die Empörung ist ja, die Empörung ist ja, Und juristisch dagegen angehen. Ja, die Empörung ist ja ein Gefühl oder eine Wut oder was auch immer dann, wenn man so einen Brief öffnet, das ist ja normal. Ich glaube einfach nur, es nicht für alle anderen durchfeiten zu wollen. Aber dann sind wir dabei, wäre es jetzt nicht an der Zeit, zu sagen, okay, wir sollten ein gemeinsames, offenes, ein transparentes Konto machen für alle freien Medien und alle Bürger, die sich für die Pressefreiheit interessieren und für die Meinungsfreiheit und sagen, hör zu, wir gemeinsam sehen das ein bisschen anders. Das wäre doch eine Maßnahme, wo man sagt, wenn das da rumkommt. Ja, das ist dann konstruktiv. Ja, wenn das konstruktiv wäre, ein Blick, weil es geht ja nicht um die Pressefreiheit von Autoren, die bei Apollot schreiben. Die schreiben auch woanders. Es geht einfach darum, wer möchte denn eigentlich, dass ich das nicht mehr lesen darf? Wer sind die, die mir, der das gerne liest, verbietet oder sagt, das sollen sie nicht mehr lesen dürfen, das könnten sie falsch verstehen? Wer ist das? Und da ein, findest du das eine gute Idee? Also konstruktive Ideen, finde ich immer gut. Also lass uns ein offenes Konto machen, was noch zu gründen sei, wo man richtig einsehen kann, damit es nicht hier Operation filmig, wo drin, das ist die, ich nenne es nicht Kriegskasse, das ist die Kasse für die Meinungsfreiheit, so. Und da ist jetzt das drin und da können wir sagen, das haben wir in der Friedensbewegung und in der alternativen Bewegung ja nicht so, wir wollen die besten Anwälte auf diesem Gebiet, wir wollen eine Art Sammelklage, die gibt es ja in Deutschland nicht, aber wir wollen die besten, weil das ist ein gemeinsames Anliegen, das ist nicht das Anliegen nur von Leuten, die publizieren, das ist für Leute mit einer eigenen Meinung. Jemand, der eine eigene Meinung hat und auch möchte, dass die morgen noch vertreten werden darf, dass er die äußern darf, der sollte sich doch eigentlich daran beteiligen und sagen, lass uns ein solches Ding machen, da können auch die alternativen Medien, aber vielleicht auch die nicht etablierten Medien oder die etablierten Medien mit einzelnen Personen sagen, lass uns das nehmen, ich möchte das jetzt wissen, weil ich möchte wirklich einen Stempel drauf haben, ob das aus Karlsruhe gestempelt wird, Meinungsfreiheit ab jetzt eingeschränkt, weil das wäre für mich schon eine Zäsur. Weil dann ist ganz klar, dann ist unser Beruf, wie wir den bisher gemacht haben, so letztendlich nicht mehr möglich. Und das hat dann seine Konsequenzen. Dann weiß ich einfach nur, dass jetzt, was Spock sagt, Vertrauen in den Untergang der Titanic dann da ist. Weil dann ist Schluss. Wenn man sich Meinung leisten können muss, weil sie muss von der Regierung und den entsprechenden angeschlossenen Behörden erst genehmigt werden, ansonsten wird es teuer, wenn das tatsächlich dann der Status Quo ist, gestempelt aus Karlsruhe, dann können wir unseren Beruf so nicht mehr machen. Das wäre dann gerade in Deutschland wieder ein interessantes Datum, wo das eben draufsteht, diese Art von Einschränkung. Dann muss man sich überlegen, was man macht, weil das lässt sich, was wir bisher gemacht haben, so ja dann nicht mehr machen. Und das fände ich schon eine interessante Erfahrung, die ich glaube, dass wir sie als Kollektiv machen sollten. Damit es nicht heißt, ach, das konnte ja gar keiner wissen, Sie schon wieder mit Ihren Vermutungen. Lasst uns doch, das ist mein konstruktiver Vorschlag, lasst uns doch konstruktiv diese Erfahrung machen, wie Karlsruhe mit dieser Übergriffigkeit, wie ich die finde, umgeht. Dann wissen wir es als Kollektiv, nicht nur die Medienmacher. Wir sehen anhand der, was reinkommt, wie stark Leute sich dafür das Thema interessieren. Und dann sehen wir, wenn damit klagen, wie dann am Ende, wie lange das auch immer dauert, sowas kann ja lange dauern, und Karlsruhe stempelt. Und sagt, da hat die Behörde recht, Meinungsfreiheit wird in diesem Fall eingeschränkt, wenn das, was gemeint wird, fachlich nicht richtig ist. Dann wird Artikel 5 ergänzt. Das würde ich schon gerne wissen. Und das wäre dann eine Erfahrung. Das ist ein Anliegen, wo ich sagen kann, gut, dass wir das gemacht haben. Da wissen wir, woran wir sind. Damit es nämlich heißt, Sie schon wieder, machen Sie doch was anderes. Ich möchte eigentlich wissen, in was für einer Gesellschaft ich lebe. Und dass wir voneinander auch wissen, in welcher Gesellschaft wir dann leben. Das ist wie, wenn man sagt, ja, es gibt einen Vorschlag von einer Partei, den Rassismus und die Rassentrennung wieder einzuführen. Und das wird jetzt von einer Behörde überwacht. Dann würde ich auch sagen, ist das so? Lass uns doch mal gucken, wie das die Bürger so sehen. Und wenn eine Behörde oder die Justiz sagt, doch, das ist jetzt wieder so, hätte das für mich einen Effekt, wenn die Rassentrennung in Deutschland eingeführt würde. Das hätte für mich einen Effekt. Das würde ich sagen, naja, aber es gibt jetzt mehr Elektroautos. Das ist richtig. Aber das hätte einen Effekt, der mit hoher Wahrscheinlichkeit oder 100 Prozent dazu führen würde, dass ich das Land vollständig verlassen würde und noch nicht mehr zurückkehrt. Und das ist für mich so ähnlich. Ich würde gerne das wissen. Ich möchte wissen, ob ich in Deutschland mit oder ohne Reichweite meine Meinung noch ohne von der Justiz Post zu bekommen und bezahlen zu müssen äußern kann. Das interessiert mich, aber es interessiert mich auch, wie andere Menschen das sehen. Das ist doch ein konstruktiver Vorschlag. Ja, es müsste wieder, also das Ding ist halt, dass ich da insofern ein bisschen ein gebranntes Kind bin, weil ich festgestellt habe, dass eben in dieser ganzen Bewegung einige gut miteinander können, andere nicht so gut miteinander können, was ja auch wieder eigentlich normal ist. Weil Menschen verstehen sich, verstehen sich teilweise, aber auch nicht. Aber dass diese Ideen von alle schmeißen zusammen und machen eine Sache, so habe ich das zumindest bisher wahrgenommen, nicht so gut funktioniert haben. Eine Frage dazu. Wenn du heute auf die Straße gehen würdest hier in Hamburg und würdest fragen, soll man die Meinungsfreiheit einschränken, wenn derjenige etwas von sich gibt, wenn das Käse ist, wenn das nicht stimmt, wie würden die Umfrageergebnisse aussehen? Ich glaube, also aus unserer Sicht schlecht. Was heißt das? Naja, dass viele sagen würden... Wenn du 100 Leute fragen würdest, wie viele Leute sagen, ja, Meinungsfreiheit einschränken? Von den 100? 60? Bist du sicher? Das wäre ja erschreckend. Natürlich bin ich nicht sicher. Oder hängt es vom Stadtteil ab? Wahrscheinlich auch das. Hängt es vom Bildungsgrad ab? Aber das ist das, was ich... Guck mal, da sind wir genau bei diesem wieder dezentralen Gedanken. Es ist halt so unterschiedlich. Aber wer würde sagen, ja, ist es der mit dem akademischen Abschluss oder ist es der Baggerfahrer? Wie hast du es bei der Maske erlebt? So und so. Ich habe aber häufiger erlebt, dass ein Taxifahrer gesagt hat, das Quatsch brauchen wir nicht. Und dass ein Akademiker gesagt hat, auf jeden Fall doppelt über die Nase stülpen. Dafür gibt es einen Grund. Der Akademiker, der hat eine lange Zeit damit verbracht, sich sein Wissen zu erarbeiten. Das darf nicht nicht wahr sein. Wenn du 45 bist und irgendjemand kommt an und erzählt dir irgendwie, das ist alles Käse, damit hast du ein größeres Problem, wenn du wirklich viel Zeit deines Lebens dafür aufgebracht hast, dich mit dieser Bildung zu befassen. Das ist einfach schwieriger. Deswegen haben wir aus diesen Akademikerkreisen auch die schlimmeren Kommentare bekommen als von einem Baggerfahrer. Da würden die Akademiker sagen, ja, die sind ja auch dumm. Ich frage mich halt, aber ich frage mich halt gerade, inwieweit es zentral geht oder inwieweit dezentral, sprich das, was ja auch der Vorteil der alternativen Medien eigentlich ist, dass sie dezentral, ich weiß, da könnten wir jetzt wahrscheinlich ein komplett neues Gespräch drüber führen, wie zentral muss das eigentlich sein? Die eine Seite, die sagt, bitte nicht, weil dann haben wir ja genau das, wie wir es ablehnen, nämlich, dass es so zentralistisch ist und die anderen, die sagen, ja, auf jeden Fall. Du hast selber gerade gesagt, Sammelklage, schwierig, gibt es nicht, gibt es glaube ich nur in den Vereinigten Staaten. Von daher bin ich ein bisschen überfordert damit. Also das ist ja mein Appell an alle Medien, die eben nicht das klassische Narrativ bestätigen, da gibt es ja eine ganze Menge, ja, also Nachdenkseiten, Tichy im Grunde genauso, also ganz viele, Langemann-Medien, Langemann-Medien, wie sie alle heißen, ja, Manova, wie sie alle, es gibt unzählige, und wenn du die jetzt alle, und meine Erfahrung ist, wenn du die jetzt alle unter einen Hut bringen willst. Aber einfach, eine Klage, wo es um die Meinungsfreiheit geht, eine Behörde möchte, die sind ja dafür, diese Behörde ist ja dafür, diese ganzen Alternativen zuständig. Das heißt, hier werden ja, hier geht es ja um Grundsatzurteile, wenn die damit einmal durchkommen, dann ist das so wie, hier ist es, das dürfen sie nicht mehr. Das heißt, wir sind alle davon betroffen, also sollten wir alle auch dafür kämpfen. Weil wir könnten sagen, nein, wir hören einfach mit den Maßen, wir bringen einfach diese Berichte nicht mehr. Welche Berichte? Jeder Bericht ist, das ist hier sorgfaltzlich, jeder, wenn du über Kakao schreibst. Jeder Bericht, der allgemein, du kannst, also die Deutschen, wir alle, jeden, kannst du nicht sagen. Die Maßen, also egal, was du für allgemein hast, umgangssprachlich, ist dann falsch. Und dafür kannst du überlangt werden. Es muss nur jemand sich finden, der zuständig ist, und das belangt. Du kannst gleichzeitig im Spiegel der Tagesschau erzählen, was du willst, aber dafür sind die ja nicht zuständig. Das winkt man durch. Das ist dann Meinung. Und das ist für mich, daran sehen wir wieder, das ist Zensur. Und ich frage mich ernsthaft und ich möchte appellieren, dass wir das gemeinsam ausprobieren, ob Menschen das verstehen, dahinter die Mechanik verstehen und ob die sagen, doch, ich bin schon für Meinungsfreiheit, auch wenn der eine oder andere totalen Blödsinn von sich gibt. Das ist mir wichtiger, weil ich glaube, das System kann das ab. Da gibt es einen Selbstreinigungsprozess. Und diese Erfahrung, wie du sagst, 60 Prozent, halte ich für sehr hoch. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich würde gerne wissen, ob die Leute sagen, ach, das hat schon seine Richtigkeit. Das wird ja auch viel geschwurbelt. Aber wie stellst du es dir vor? Also wie stellst du es dir konkret vor? Das heißt, es wird ein Anwalt, ihr habt ja wahrscheinlich schon einen Anwalt. Ja klar, Ich würde dann versuchen, ein offenes Konto aufzumachen, was jederzeit einsehbar ist und sage, okay, alle, die da einbezahlen, Medien, warum immer, wir wollen uns gemeinsam aus dieser Kasse die Besten, eine Gruppe von Anwälten suchen, Medienanwälten, die die Besten sind und die nicht nur Geld kosten, sondern so eine Klage muss ja vorbereitet sein. So, die sagen, okay, da gehen wir in den Gang durch die Institution, das kann ja Jahre dauern, eineinhalb, zwei weiß ich nicht, um ein Grundsatzurteil zu bekommen. Was dann zeigt, wie am Ende die nicht unabhängige Justiz, aber vielleicht finden wir ja doch einen Richter, der sagt, das geht mir jetzt doch zu weit, sagt, das möchte ich nicht, weil ich glaube, das Grundgesetz heißt nicht umsonst Grundgesetz und das ist einer der wichtigsten Artikel in der Demokratie, ist die Meinungs- und Pressefreiheit und hier geht es einfach um Meinung, weil es gibt immer die journalistische Sorgfaltspflicht, alles schön und gut, aber da kann jeder sagen, Sie haben einen Presseausweis, für Sie sind nochmal Sonderkondition, das akzeptiere ich noch alles. Aber bei Meinung, jeder hat das Recht auf eine Meinung und die muss er straffrei äußern können. Und wenn man sagt, nein, Sie erreichen aber mit Ihrem YouTube-Kanal oder mit Ihrem Stammtisch oder warum auch immer, mit Ihrem Einfluss, erreichen Sie jetzt mehr Leute als zehn, haben wir jetzt mal festgelegt, so wie mit dem Bargeldverbot, es wird dann immer mehr eingedammt, Sie erreichen mehr als 100 Leute, sagen wir jetzt mal, Ihrem Facebook-Kanal erreichen Sie 6.800, damit sind Sie Medium und damit gelten für Sie das und deswegen, Sie dürfen Ihre Meinung nicht mehr äußern, weil Sie Einfluss haben. Das hat einen Effekt auf den Bürger. Und ich würde gerne wissen, wie die Justiz am Ende des Tages entscheidet und damit am Ende sagen kann, das ist das Urteil, das wird dann verkündet, das wissen dann noch alle, die es wissen wollen, dass man nicht sagt, na, das war ja Spekulation, ob die Justiz später so entscheiden würde. Ich möchte das nämlich jetzt wissen. Ich möchte wissen, wenn eine Behörde sich selbst autorisiert, das Grundgesetz neu zu interpretieren, also in diesem Fall Artikel 5, ob die Justiz Karlsruhe das bestätigt. Das würde ich gerne wissen, weil wir haben es jetzt gerade beim Heizungsgesetz gesehen, wo man sagt, da gibt es noch Leute, die sagen, so einfach geht das nicht, Herr Habeck und Co., wir müssen da noch mal schauen. Vielleicht passiert das auch. Das würde ich mir wünschen. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich sage es absolut richtig. Nein, das ist absolut richtig, was die hier machen. Das wird sich jeder wünschen, das ist doch ganz klar. Also jeder, der für freie Meinungsäußerung ist, wird sich das wünschen. Die Frage ist nur die Frage der Herangehensweise. Genau. Und nochmal, da bin ich... Eine gemeinsame Kasse für die Meinungsfreiheit. Alle, die da hineinzahlen wollen, sehen, okay, da ist jetzt drin, dass ich 138.500 Euro, haben insgesamt alle, die es gesehen haben, haben gesehen und das haben wir jetzt. Aber vielleicht, wenn man sich daran erinnert, es gab doch damals so eine Elektromarke, glaube ich, Sion oder wie die hießen. Da sind 50 Millionen zusammengekommen, um ein Elektroauto zu entwickeln. Da haben Leute 50 Millionen gespendet. Mich würde interessieren, wie viel Geld sind die Menschen bereit zu spenden, damit sie morgen noch das sagen dürfen, was sie denken. Das würde mich einfach interessieren. Da steckt doch aber jetzt, da steckt jetzt wieder das Interesse dahinter, das dann zu bewerten und nebeneinander zu stellen. Nein, ich bewerte das nicht. Also ich glaube, wenn du das nicht, ich lasse es stehen, sag gut, das hat für mich nur einen Effekt. Für jeden Effekt haben. Also wenn du zum Beispiel, also ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, die mir gestern passiert ist. Die hat gar nichts damit zu tun und doch eine Menge damit zu tun. Ich war gestern auf einem Kinderspielplatz mit meinem Sohn. War ich hier allein, da war die Frau doch dazu. Und den Sohn kennst du ja auch, der ist relativ anstrengend. Der nimmt alles in die Hand, muss alles aufmachen, kriegt auch alles auf und so schafft das alles mit seinen 15 Monaten. Irre. Und der tanzt sehr gut. Wenn du Musik anmachst, dann tanzt der Altherren, das ist aber Wahnsinn. Und der gibt auch nie Ruhe und der hat auch eine Endlosbatterie drin, kann man sich ja denken. Aber der muss alles aufmachen, schraubt alles auf, wird sogar den Zündschlüssel rumdrehen, kriegt jeden Koffer auf, jede Kombination, guckt es sich einmal an, macht es nach. Der kennt mein Handy besser als ich. Irre ist das. Gott sei Dank gibt es da ein Sicherheitswissen. Die knackt der, also es ist verrückt. Der geht auf diesen Spielplatz und der Spielplatz liegt am Wasser und da sind nicht viele Kinder. Da sind nur drei Kinder. Und der spricht ja noch nicht so viel. Der sagt ja immer nur da. Und dann kann er noch fünf Tiere nachmachen. Aber der ist motorisch total begabt, aber er spricht noch nicht so viel. Hätte man anders gedacht. Aber es ist eben so. Irgendwann wird er wahrscheinlich irgendeinen Satz raushauen, wo er Benjamin Franklin zitiert. Man weiß es nicht, was die dann machen. Ich habe ja schon einige Sachen erlebt auf diesem Gebiet. Und dann sind da drei andere Kinder. Und was ich so mitbekomme, sind das syrische Flüchtlingskinder. Und die syrischen Flüchtlingskinder sehen, dass dieses Kind auf diesem Spielplatz wie verloren rumrennt. Da gibt es auch eine Schaukel und eine Rutsche, wo man hochklettern kann, aber möglicherweise auch stürzen. Nehmen sich, so ein Mädchen war vielleicht drei oder vier Jahre alt, nimmt sich dieses Kindes an mit anderen und spielen mit den Gemeinden, als wäre es etwas so. Und das hat, wo ich nur gedacht habe, so sind Menschen. Das waren jetzt aber Flüchtlingskinder. Das habe ich so von noch keinen anderen Kindern erlebt. Das soll gar nichts heißen, aber wo ich gedacht habe, hm. Die nehmen sich diesem Kind an und dann haben sie eine halbe Stunde mit diesem Kind gespielt, obwohl das Kind überhaupt nicht reden konnte. Also ist es eigentlich für normale Kinder eine Belastung, kann man jetzt gar nicht seine Sachen machen, sondern Fürsorge hat da stattgefunden. Wo ich gedacht habe, das hat meine Zuversicht in das Leben nochmal gestärkt. Wo ich dachte, yes. Das macht das mit mir. Wo ich denke, es gibt etwas unabhängig von dem Ganzen. Ich habe was gelesen, ich meine, das war eine nicht intellektuelle Begegnung und die hat 100% gefunst, wo ich gesagt habe, yes. So. Eine andere Geschichte, die ich erlebt habe, ich war mit meinem Sohn, der ist elf gewesen, in Kroatien. So. Und da war ein Vater, auch mit so einem kleinen Kind, das war vielleicht so zwei Jahre alt und man hat richtig gemerkt, das Kind sollte, der Vater wollte, dass das Kind Fahrrad fährt oder Roller fährt, so ein kleines, und das ist immer wieder gefallen und so weiter. Der Vater hatte nach ein paar Minuten nicht mehr den Nerv, das zu tun. Ich kann das nachvollziehen, weil irgendwann ist man als Vater sehr, sehr müde und denkt, ach. So. Und dann kam ein Elfjähriger, ging einfach dorthin und hat ihm zehn Minuten das Rollerfahren beigebracht und er spricht kein Kroatisch. Und der Kleine hat aber mit meinem Sohn zusammen das gemacht. Nonverbal. Das heißt, irgendetwas ist da, auf was ich mich verlassen kann, dass Menschen sich gegenseitig helfen. Hat sich jetzt gestern wiederholt. Das heißt, das ist etwas, wo meine Zuversicht in den Menschen stärkt. Da ist etwas, was am Ende kaputt gemacht wird. Am Ende kommt ja immer diese Liebe nur noch gegen Bedingungen. Das ist ja der Grund, warum wir alle umso komisch sozialisiert sind. Und das ist eben auch, ich würde gerne wissen, ob am Ende irgendetwas Übriges, etwas Intuitives Leute sagen, das ist schon wichtig, dass wir ohne jetzt nicht lange nachdenken. Ich möchte Meinungsfreiheit. Ich bin gespannt, ob sich derselbe Effekt einstellt wie gestern oder auf dem Kinderspielplatz oder seinerzeit in Kroatien. Und ich würde mir wünschen, dass sich das wiederholt und mein Bild auf dieses Land wieder ein bisschen zurecht rückt. Weil es hat ein bisschen Schieflage mit, da sind drei spielende Kinder im Park, rufen Sie mal die Polizei. Das ist etwas angeschlagen. Und ich fände es super, wenn wir hier mit dieser, wenn Menschen sagen, ich trete für die Meinungsfreiheit ein und dass eine Lawine passieren würde, das hätte einen x-fachen Effekt oder einen ähnlichen Effekt wie, wenn man Kinder aufeinander loslässt und sie nicht irgendwie, die kümmern sich umeinander. Und dann würde ich sagen, da geht noch was. Und das würde ich gerne erleben. Ich möchte nicht darin bestätigt werden, die Kinder sind noch in Ordnung und das sind alles Arschreikende Erwachsenen. Das möchte ich nicht sehen. Weil es ist nicht so, dass ich glaube, so oder so sind die Menschen oder so oder so ist Deutschland. Ich möchte mich gerne auch mal angenehm enttäuschen lassen, dass ich mich da Gott sei Dank geirrt habe. Weil ich würde mich wirklich wahnsinnig gerne irren. Das wird ja immer unterstellt, das, was ich an Dystopien gezeichnet habe und vorausgesagt habe, dass ich mich darüber freuen würde, dass es so eingetreten ist. Nein, ich glaube nicht, dass 1984 geschrieben wurde, damit es so kommt. Es ist auch eine Warnung. Ich brauche das nicht. Ich fühle mich in einer solchen Welt, wo ich im Knast sitze oder weggeschlossen bin und Recht hatte und Posthuben nimmt man eine Straße nach mir. In der möchte ich nicht leben. Ich würde mich gerne irren. Das ist ein ganz komischer Traum, weil wir haben alle auf dem völlig falschen Trip wie ein ganz fieser Wetterumschrung und dann klart es am Ende auf. Und wir haben mal, oh, ich hatte einen Albtraum. Irre. Schweiß gebaden. Es war nur ein Traum. Das würde ich gerne sehen. Und das ist für mich so ein Zeichen, ist vielleicht nur im Außen, aber so ein Zeichen, was auch mit meinem Inneren etwas machen würde. Ich habe mich Gott sei Dank geirrt. Ist das zu viel verlangt? Nein. Natürlich nicht. Ich glaube, auf die Frage hast du gar keine Antwort erwartet. Und da bin ich bei Spock, obwohl mir das schwerfällt, damit das funktioniert, musst du es laufen lassen und vertraue, dass es sich zum Guten wendet. Und wenn ich das jetzt denke und wir das drei denken und das Interview dazu führt, dass die Leute alle denken, das wird zum Guten laufen, dann wird es nach unserer Theorie doch zum Guten laufen, oder? Ja. Dann sollten wir es mal ausprobieren. Dann ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Dann sollten wir es ausprobieren. Ob 60 Prozent sagen, sehe ich genauso. Oder 90 Prozent sagen, da bin ich dabei. Und Karlsruhe sieht es ganz genauso. Und dann können die, die das machen, endlich damit aufhören, etwas zu tun, von dem sie glauben, dass es erwartet würde. Wird vielleicht gar nicht erwartet. Die beiden Beispiele mit den Kindern waren super für das, was ich eigentlich gerade vorher sagen wollte, nämlich das Laufen lassen. Wenn du jetzt eingreifst und sagst, wir etablieren jetzt hier einen Fonds, dann ist das schon wieder, das ist Eingreifen, das ist nicht Laufen lassen. Also deswegen sage ich, ich will damit nicht sagen, ist eine scheiß Idee, aber was eigentlich dann gebraucht wäre, die Analogie dazu, zu diesen syrischen Flüchtlingskindern auf dem Spielplatz und zu dem, der dir deinem Sohn da Fahrradfahren beigebracht hat. Meinen Sohn ihm. Oder genau, ihm. Es findet sich ein Anwalt, der nicht von diesem Konto bezahlt werden will. Das wäre noch besser. Sondern das genau so macht, wie du angefangen hast, anstelle von irgendwelchen Late-Night-Comedy-Sachen politische Gespräche zu führen oder Jens das angefangen hat. Da müsste sich jemand finden und sagen... Ich werde jetzt ein Anwalt für Aufklärung. Genau. Ja, das wäre super. Das Vertrauen. Das ist die Analogie. Dass ich nur die Idee einbringe und es findet sich selbst. Ja, und das ist auch so interessant. Da sind wir wieder bei dem, dieses Glas halb voll, auch wenn man das vielleicht schon nicht mehr hören kann. Aber das Beispiel ist so gut, weil als du das eben mit deinen Kindern erzählt hast, diese Beispiele, das hebt sofort irgendwie auch die Energie an, im Sinne von, man kommt in so einen, wirklich in so einen positiven Schwung rein, während, wenn es zu dystopisch wird, das ist mal jetzt gar nicht auf dich bezogen, sondern grundsätzlich, so geht mir das auch bei den ganzen Kanälen, wenn ich bei Telegram und wo auch immer unterwegs bin und die Nachrichten mir da anschaue, dass ich dann immer denke, so genau das sind diese, also diese Geschichten, die wir uns erzählen müssen, dass die Welt noch gut ist, weil, und da sind wir wieder bei der Quantenphysik und bei der Schöpferkraft, wir einen erheblichen Anteil daran haben, jeder Einzelne von uns, wie die Welt am Ende wird. Stimmt, aber weißt du, das ist ja so, das, was ich dort gesehen habe, das habe ich ja nicht ermöglicht oder zugelassen, sondern es hat sich vor meinen Augen ereignet. Aber du hast hier darüber berichtet. Genau. Und du hättest auch gleichermaßen wieder was berichten können, Beispiele von, keine Ahnung, Zerstörung und Dystopie. Hättest du ja auch. Ich bewege mich in letzter Zeit nicht mehr in solchen Welten, sondern schon auf Kinderschiefplätzen. Nein, ich wollte nur sagen, du hast aber diese Geschichte erzählt und das ist das, was ich glaube, davon brauchen wir mehr. Von diesen Geschichten, dass wir uns wieder anfangen, gegenseitig zu erzählen, was toll ist, was es für tolle Menschen gibt, was es für, also dieser Blick auf den Dingen, die gut sind. Die Bild-Zeitung mit guten Nachrichten, die es vielleicht einmal im Jahr, es gab mal eine Zeit lang, einmal im Jahr, glaube ich, zu Weihnachten oder Silvester gab es immer die Bild-Zeitung mit guten Nachrichten, aber eine Ausgabe nur mit guten Nachrichten voll. Wenn du die aufgemacht hast, das war so wie, wow. Und es gibt ja so viele gute Nachrichten auf dieser Welt. Also lass uns aufhören, uns nur auf die Schächten zu fokussieren und uns mehr auf die Guten zu fokussieren und dann Ideen in die Welt zu setzen, konstruktive Ideen in die Welt zu setzen und das Vertrauen zu haben, dass sich diese Ideen manifestieren. Gut, aber nach dieser Theorie ist es jetzt ja nun eine Frage von Stunden, nach Ausstrahlung dieses Gespräches, weil es sich eine ganze Gruppe von Spitzenanwälten zusammentun, sagen, wir machen das. Es gibt, das Universum kennt hunderttausend verschiedene Möglichkeiten. Ob das dann die gewählt ist, werden wir sehen. Es kann auch völlig anders kommen, aber das offen zu lassen und in diese, ich weiß, jetzt kommt wieder, oh, esoterischer Schwurbler, leere ich, Klappe halten. Ich kann ja nicht anders, als nur immer wieder für mich zu sagen, ich erlebe das in meinem Leben so und ich kann immer nur wieder einladen, das mal auszuprobieren und mal offen zu lassen und mal zu gucken, was dann passiert. Und es nicht vorher vorzugeben, wie es denn zu laufen hat. Ich glaube, das ist auch das, was du meintest, oder? Schöpfung passiert jenseits von Rationalität. Hat mir neulich jemand gesagt, ist nicht von mir. Ich sehe keinen zufriedenen Blick. Ich bin sehr zufrieden. Nein, zufrieden ist das falsche Wort. Ich sehe einen skeptischen Blick. Nein, ich verstehe das ganz sehr, sehr gut, was Spock sagt, weil ich bin ein großer Freund von Quantenphysik und habe mich mit all diesen Dingen sehr intensiv beschäftigt. Ich hätte nur nicht gedacht, ich würde mich darüber freuen, wenn ich das noch erleben würde. Also wie wenn Spock, der andere Spock auftauchen würde und sagen, Energie. Das würde ich gerne erleben. Aber ich habe ja, weil ich das wirklich passieren würde, würde ich sagen, das würde ich gerne erleben. Pass auf, aber es gibt ja Bestätigungen dafür, dass es das Leben grundsätzlich gut mit uns meint. Und hier ist zum Beispiel diese Geschichte mit Broder, durch die du ja, da ist ja der Stein ins Rollen gebracht worden damals. Der Rolling Stone. Genau. Und da wurdest du gefragt von Matthias Brückers, genau, was sozusagen oder wie du das empfindest heute im Rückblick. Und dann hast du gesagt, dennoch muss ich dem Broder heute natürlich Danke sagen. Ohne ihn wäre dieser Traumstart, raus aus einem öffentlichen, von außen steuerbaren RBB, in ein wirklich freies Netz, nie so hervorragend gelaufen. Es gab sogar schon Leute, die gesagt haben, ihr arbeitet doch heimlich zusammen. So viel PR, wie der für dich gemacht hat. Also am Ende, oder war das nur zynisch gemeint? Nein, nein, das ist tatsächlich so. Das heißt also, wir wissen im Moment immer nicht, wofür eine Sache gut ist, auch wenn wir sie noch so ätzend finden. Aber wenn wir dann im Nachblick es uns anschauen, dann war es für irgendwas gut. Da bin ich bei Torwart Dettwissen, ein Poler zwingt seinen Gegenpol. Ich glaube, Krankheit als Weg hast du das Buch. Ist unfassbar, was du alles weißt. Tut mir leid, das ist mir gerade so eingefallen. Ganz früher. Ganz früher gelesen. Das Gesetz der Dualität. Das ist einfach drei Stunden Zitate und das ist immer wieder beeindruckend. Während ich schon hier für Matthias Bröckers auf den Titel gucken muss. Dann bleibt mir noch hier von nebenbei den Faktenchecker zu machen, ob das Zitat auch stimmt. Ja, in diesem Sinne vielen Dank, Kevan. Jens, Spock hat mich sehr gefreut. Ja, ebenso. Und was ich mir habe sagen lassen, ihr seid heute insofern in einer Premiere, dass ihr die Technik komplett selbst bedient habt. Das ist so. Also wir haben hier am Wochenende gesessen bei 36 Grad draußen und haben, weil unser Alex im Urlaub ist und wir gesagt haben, wir wollen das Studio jetzt spontan irgendwie in Schwung bekommen. Dann, glaube ich, haben wir einen gemeinsamen Appell, wenn ich den jetzt äußere. Wir haben es erlebt bei der letzten Fairtalk-Sendung, wir erleben es auch oft. Wir fänden das super, wenn Leute sich zu diesem, was wir hier von uns gegeben haben, äußern würden, ohne sich gegenseitig in Ecken zu dringen, zu beschimpfen, sagen, der ist bescheuert, sondern einfach miteinander auf Augenhöhe diskutieren, sagen, interessante Ansicht, sieh es ein bisschen anders oder sieh es ähnlich. Ohne Schimpfworte, ohne Abf, ohne Canceln. Einfach nur die Toleranz, die wir gerne hätten, in den Kommentaren leben. Ja, selbst leben. Das wäre, da würden wir uns ganz, dann würde ich auch bereit sein, das alles zu lesen und vielleicht sogar darauf zu antworten. In einem Wort zusammengefasst, konstruktiv, schönes Schlusswort. Danke, Kevin, danke, Spock. Danke, Jens. Danke euch.